Der Star Trek Podcast mit Simon und Sebastian. Jede Woche eine neue Episode von 1966 bis ins 24. Jahrhundert. Ihr hört Trek am Dienstag. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trek am Dienstag. Schön, dass ihr eingeschaltet habt bei unserem und hoffentlich eurem Lieblings-Star-Trek-Podcast, der sich einmal in Ausstrahlungsreihenfolge durchgeskommt. Hast du gemerkt, wie ich Ausstrahlungsreihenfolge ausgespielt habe? Das war ja so eine Art Ausstrahlungsreihenfolge, wie du das gemacht hast. Ich musste gerade, ich sehe den Sebastian ja wie immer hier vor mir auf dem Monitor und ich musste gerade lachen, weil er so lacht, also gechackelt hat jetzt. In Ausstrahlungsreihenfolge durch Star Trek Podcast. Und natürlich sind wir nicht allein, ihr seid dabei und das finden wir wunderbar. Sebastian, du bist auch da? Ich bin auch hier, ja. Das ist schön. Ich muss jetzt schon mal ein Geständnis machen. Zu Beginn dieser Folge, wir haben noch gar nicht richtig losgelegt, und dieses Geständnis ist, ich habe eine neue Brille seit heute und ich bin überhaupt nicht an diese Brille gewöhnt. Und wenn ich so mache, dann verzerrst du dich immer so schön gerade. Machst du, äh, äh. Gehst du in die Richtung und die Richtung. Das ist auch sehr lustig, wenn ich hier meinen Text sehe, Dann ist das so, wenn ich so mache, dann macht er so wie so eine Wellenbewegung. Ich muss mich erst an diese Brille gewöhnen, wie ich da richtig gucke. Wie ist das, wenn du die abmachst oder wenn du die alte jetzt aufsetzt? Die alte habe ich gerade nicht hier, aber wenn ich das abmache, dann sehe ich halt ein bisschen schlechter. Und dann ist aber alles normal. Also keine Sorge, das wäre auch lustig. Es hat nichts mit der Brille zu tun. Ja, nein, ich meine, ich trage ja normalerweise auch Brille, aber ich nehme hier vor dem Monitor in Kauf, dass ich die ablasse. Einfach, weil das ist, ne, nee, das ist okay. Also mein Optiker warnte mich, dass das am Anfang so ist und dann dauert es ein paar Tage, bis man das macht. Dann ist ja so eine von diesen Brillen, die machen ja alles. Also kannst du, wenn du weit guckst, kannst du besser sehen, wenn du kurz guckst, kannst du besser sehen. Aber du musst den Kopf halt immer richtig halten. Und da muss ich mich erst mal dran gewöhnen. Ich warte ja noch auf die Brille, wo ich durch Augenbewegungen einen Podcast schneiden kann in Audacity. Also es kann sein, dass wir das noch erleben. Sebastian, das kann durchaus sein. Das wäre wirklich das Beste, weil dann ist es vorbei mit allen computerbedingten Haltungsschäden. Wahrscheinlich, die bei uns aufzufinden sind. Ja, oh ja, ja, ja. Das kann man wohl sagen. Die Leute haben uns ja jetzt die Tage mal in Live gesehen und die haben auch gedacht, die sind ja gekrümmt, die beiden. Sie sind gekrümmt einfach nur. Das habe ich auch gedacht, als ich ein paar Fotos von mir gesehen habe. Da habe ich wieder gedacht, ach du mein liebes Lieschen. Habe ich gedacht. Und da musste ich auch mal wieder was tun, glaube ich. Das hat mich ein bisschen gehen lassen. Das ist natürlich super, direkt vor so einem Auftritt, wenn man sich ein bisschen gehen lässt. Es ist ja, wie es ist. Natürlich. Es ist ja, wie es ist. Einen Buckel hast du gekriegt, habe ich neulich auch mal gehört. Oder du hängst so zu einer Seite. Und da habe ich dann gleich so ein Bild von Karl Dall vom inneren Auge gehabt, ja. Dass sein Auge zu einer Seite hängt. Ja. Also so komplett. Und dass ich auch so rede, wie, ich kann gar nicht so reden, wie Karl Dall. Wie redet der da nochmal? Der Karl Dall, der ist gar nicht so, so redet der doch irgendwie. Ja, das stimmt. Aber ich kann ihn auch nicht. Ich werde ihn üben. Ich werde ihm beim nächsten Mal einen guten Karl Dall servieren, hoffentlich. Sehr gut. Welcher Charakter ist eigentlich Karl Dall bei Star Trek? Ha, 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 ha. Ha. Ja, müssen wir jetzt eigentlich mal einzeln durchgehen irgendwie, ne? So ein bisschen der Ono eigentlich, oder? Nicht vom Wesen her. Aber von der Art her passt's. Ja. Von der Art her ist er ein bisschen dallig. So von diesem Barschen und so. Das ist eigentlich wie ein Karl Dall, nur ohne Witze. Richtig. Ist Ono, ne? Naja, lassen wir das. Jetzt saufen wir es rein, ne? Genau. Ihr Lieben. Ja. Wir haben mal wieder eine Retro-Track-News für euch, ja? Eine neue Ausgabe aus unserer Rubrik Retro-Track-News. Ich bin genauso gespannt wie ihr, weil ich weiß nicht, was der Sebastian da wieder ausgegraben hat. Ihr könnt mal auf den YouTube-Kanal gehen vom Roddenberry Incorporated oder Entertainment oder wie sie gerade heißen. Denn die haben sich ja zur Aufgabe gemacht in den letzten Monaten und Jahren, dass sie von den Schiffen und so, das ist jetzt herrlich unspezifisch ausgedrückt, so das Innere als VR-Umgebung in 4K so richtig geil rausrennen und auch einrichten. Und das haben sie jetzt gemacht mit Deep Space Nine. Und sie haben ein Video gemacht, wo man mal einen visuellen Rundgang über die nächtlich menschenleere Promenade macht. Und sie haben Armin Schimmermann gebucht, dass er in seiner Rolle als Quark und auch in seiner Rolle als Armin Schimmermann ein bisschen was über die Promenade, aber auch ein bisschen was über die Entstehungsgeschichte der Serie Star Trek Deep Space Nine berichtet. Es ist für Leute, die sich so tief auskennen mit Star Trek, ihr erfahrt da keine neuen Erkenntnisse, aber ihr seht viele schöne Winkel in dieser VR-Station einfach mal. Und es ist wie ein kleiner Spaziergang über die Promenade und es passt ja auch heute dazu, denn wir sind ja auch heute auf Deep Space Nine. Das wollte ich euch mal empfehlen. Sucht mal danach auf dem Roddenberry-YouTube-Kanal. Das war die Retro-Trek-News der Woche. Das ist prima. Das erinnert mich an das Interactive Technical Manual, was ich ja sehr genossen habe damals. Und ich werde mir das direkt, nachdem wir diese Folge hier eingetütet haben, werde ich da, glaube ich, mal hingehen und mir das angucken. Das klingt total spannend. Ja, ihr Lieben, wir sprechen heute über die 24. Episode der dritten Deep Space Nine-Staffel. Wir sind wieder auf der Station, passenderweise zu unserer Retro-Trek-News. Sebastian, welche Folge werden wir heute uns vorknöpfen? Eine Folge, die ausnahmsweise mal auf Deutsch so heißt wie auf Englisch, nämlich Chakar. Sie kam am 22. Mai 1995 in den USA im Fernsehen und am 13. März 1996 auf Sat.1. Simon, ich habe ja Ende letzter Folge schon mal so darüber gemoppert, dass ich immer so mein Problem habe mit diesen Eigennamens-Titeln. Ja, das hast du. Weil ich finde, dass das nichts über den Inhalt aussagt eigentlich. Es sei denn, der Eigenname selbst wäre ein Sprechen da. Aber es ist ja ein Fantasiename hier. Und damit sagt er rein gar nichts über den Inhalt der Folge. Und so in der Fernsehzeitung würde ich sagen, ist das einfach nur doof. Für Leute, die sich denken, was läuft da? Chakar. Ja, ja. Chakar, Chakar. Jetzt habe ich diesen Ohrwurm im Kopf. So hat Chakar immer gesungen, ne? Ja, genau so hat sie immer gesungen. Simon, hätte ich die Augen jetzt zu gehabt. Hättest du Chakar gehört? Hätte ich gedacht, scheiße, habe ich da Chakar im Zoom? Wenn du die Augen aufmachst, ich sehe doch fast aus wie Chakar, oder nicht? Auch das, ja. Bis auf ein paar Unterschiede. Ja, Sebastian, habe ich auch letzte Woche schon gesagt, finde ich auch ein bisschen blöd. Ich meine, cool, der Name Chakar, der verspricht ja was. Da ist ja ein Versprechen drin. Ein mysteriöser Chakar halt. Ja, jemand, der eine gewisse Bedeutung hat und den schon etwas Mystisches im Grunde so umgibt. Der große Chakar von Planet Altheria. Chakar, so Chakar, weißt du, diese etwas pathetischen Science-Fiction-Namen. Fantasy, Fantasy ist auch Chakar, so ein Fantasy-Name, finde ich. Das stimmt, Simon. Und ich, äh, das, da, ich wollte dir mal beipflichten für dich. Ja, nee. Ja, Chakar, natürlich Fantasy. Es könnte auch ein Planet sein, es könnte auch, es klingt ein Name wie so ein Fels auch, irgendwie. Der Chakar, da klettern wir jetzt drauf. Chakarie, ne? Ja. Auch so ein bisschen geht auch in die Richtung, ja. Auch das. Und wo wir jetzt darüber sprechen, fällt mir ein, es gibt ja einen Western und der heißt Shane. Mhm. Und vielleicht wollte man uns hier durch die drei ersten Buchstaben auch erzählen, wir machen jetzt hier so eine Art Western. Nur eben nicht mit Shane, sondern mit Chakar. Vielleicht, Sebastian. Vielleicht. I'm reaching. Aber es geht ja auch in Western-Territorium, ne? Ja, es geht ins Western-Territorium. Die Idee nämlich zur heutigen Folge stammt von einem handfesten Western-Spezialisten, Gordon Dawson, der mit Sam Peckinpah zusammenarbeitete, in den frühen 80ern gemeinsam mit Chef Ira Baer für die Western-Serie Brad Maverick schrieb. Das alles hat Gordon Dawson gemacht und tatsächlich war es Dawson, der Baer bei dieser Serie zu seinem allerersten Hollywood-Job verhalf. Also dank Brad Maverick konnte Bär dann seinen Traum verfolgen, Sebastian. Wenn es denn sein Traum war. Ja. Bestimmt. In Hollywood. Vielleicht wollte er ja auch irgendwie so Streetfoot-Wender werden, was weiß ich. Mit dieser Folge recherchierte sich, mit dieser Folge revanchierte sich Bär bei seinem alten Mentor Gordon Dawson und hat ihn mal angestellt und hab gesagt, schreib mal hier eine Folge. Ich glaube, wenige Monate, nachdem diese Episode hier ausgestrahlt wurde, sollte Dawson tatsächlich ausführender Produzent werden bei einem, ja, also Westerniger geht's ja fast nicht, Simon. Was war er? Das ist doch deine Lieblingsserie, bestimmt. Walker, Texas Ranger. Ja, so spreche ich das mal aus. Das ist natürlich die Action-Serie mit einem, auch mit einem Chuckles tatsächlich, ja, mit Chuck Norris. Und ich hab das, Sebastian, das lief so immer früher auf Vox, glaube ich, oder so, oder, keine Ahnung. Ich hab das ein paar Mal versucht zu gucken. Ich fand das sterbenslangweilig. Ja. Unfucking watchable, finde ich das auch. Unfucking watchable. Und Chuck Norris, der ist ja dann später so Kult geworden, durch diese Chuck Norris-Witze. Aber auf Basis von Walker, Texas Ranger, fand ich Chuck Norris, also, was für ein Charisma-Loch, ja, der da war in dieser Serie. Ich mochte Chuck Norris durchaus in diesem Bruce Lee-Film, wo er da gegen Bruce Lee antritt. Den finde ich super, trashig, aber super. Aber Walker, Texas Ranger ist halt so überhaupt nicht mein Fall gewesen. Nee, meiner auch nicht. Das war irgendwie so wie, so wie Baywatch. So wie, also so, dass ich das anschaltete und dachte einfach nur, ach nee, langweilig einfach nur. Ach nee, langweilig. Ja, wenn du nicht gerade Lust auf knapp begleitet Badeanzug Nixen und Nixer gehabt hättest, aber auch da gibt's, fand ich, gab's bessere Sachen als Baywatch. Ja, aber wirklich. Naja, diese Story, die wir hier heute haben, die lag tatsächlich bereits seit mindestens der zweiten Staffel unbenutzt rum im Autorundzimmer bei Deep Space Nine. Denn Ron Moore und René Echeverria erinnern sich beide, dass die da schon rumlag, als sie angefangen haben bei Deep Space Nine. Und wann haben sie angefangen? Na, als Next Generation vorbei war, ganz zu Beginn zu Staffel 3. Da hatten sie schon, ja, Chakar in seiner Ursuppe da irgendwie. Richtig. Und warum lag diese Idee da so lange rum? Naja, weil man nach Staffel 2, in der es ja viel um dieses bajoranische Politik auch ging, wir denken da an den Öffnungsdreiteiler beispielsweise, da wollte man von dieser Sache ein bisschen Abstand gewinnen. Ja, auch nicht schon wie der Bajor und die politischen Zusammenhänge da unten. Hat er eine Pause gemacht und nun gegen Ende von Staffel 3 wollte man das mal wieder aufgreifen. Ne, und sich erstmalig wieder an das Thema wagen. Jetzt wird es Zeit, mal wieder zu gucken, was, wie läuft's denn so auf Bajor? Und tatsächlich steht hier Gordon Dawson auch als written by. Allerdings hatte er jetzt hier in Staffel 3 überhaupt nichts mehr damit zu tun. Der hatte irgendwann mal so eine rudimentäre Idee eingereicht, aber weiter und fertig geschrieben. Dann jetzt über ein Jahr später hat das das Autorenzimmer von Leap Space Nine. Aber weil die ja sowieso angestellt sind, sowieso ihr Geld bekommen, hat sich auch der Ira Baer gedacht, mein alter Freund und Mentor soll einfach mal die Tanzjemen hierfür bekommen und nicht mit irgendwem teilen müssen. Deswegen schreiben wir ihn als einzigen Autoren da rein. Aber der Fakt ist einfach, es hatten viele, viele, viele ihre Hände da dran. Und man hatte sogar mehrere Fehlstahls und insgesamt drei Anläufe, um dieses Ding hier ans Rollen zu bekommen. Ja, es kam zu kreativen Sackgassen. Und eine davon war, dass der Bajoraner Shakar und seine Truppe gegen die Wiedereröffnung eines alten Museums protestieren. Das war so eine Idee. Shakar und seine Leute, die hätten das dann für Ressourcenverschwendung gehalten. Stattdessen wollten sie in dieser Geschichte lieber die Versorgungslage auf Bajor subventioniert, unterstützt sehen. Und Ron Moore sagte zu dieser Idee, naja, das wurde zu einer Debatte Kultur versus Überleben. Was ist in dem Fall jetzt wichtiger? Worauf sollte man sich konzentrieren? Und er meinte, naja, das führte zu nichts. Da kam man nicht auf so ein Ergebnis irgendwie. Und deswegen hat man das gekippt. Aber Ron Moore, konstruktiv wie er ist und nicht nur destruktiv, hatte ja dann gleich auch die rettende Idee. Ja, er sagte, lass uns Kai Wynn mal wieder reaktivieren, nachdem sie zuletzt dem Vedek Bareil, dem Dirty Diakon, ins Grab verholfen hatte. Wir holen sie in die Geschichte und wir drohen jetzt mal damit, dass sie zusätzlich zu ihrer päpstlichen Päpstinnenheit, also die religiöse Führung auf Bajor, jetzt auch noch die politisch regierende Macht des Planeten in sich konzentriert, indem sie auch noch, was unfassbar wäre, beides in sich zu haben. In dem sie auch noch die, ja, was ist das dann da? Königin, Erste Ministerin, Bundeskanzlerin, was auch immer. Gottkaiserin. Gottkaiserin, irgendwie sowas. Sozusagen, ne? Sowas wäre das dann. Interessante Geschichte und ein weiterer Grundgedanke war, einen Riff auf den mexikanischen Unabhängigkeitskrieg Anfang des 20. Jahrhunderts zu bringen. Ähnlich wie Emilio Zapata sollte Chakar ein Revolutionär sein, der selbst nach gewonnenem Krieg nicht aufhören will, für die Sache zu kämpfen. Das liegt dem dann einfach im Blut. Der kann gar nicht, Ernest Sebastian, he's born to fight. Born to fight. So könnte auch, das könnte auch auf deiner Visitenkarte stehen, Simon. Auf meiner. Simon Fistrich, born to fight. Born to fight. Ja. Naja, Regie führt hier Deep Space Nine's ständiger DP, also Director of Photography, der Jonathan West. Das ist seine zweite Regiearbeit, nachdem er schon die Next Generation Epise wurde. Firstborn mit dem alten Alexander, gespielt von James Loy und bekannt aus letzter Woche inszeniert hatte. Und dann beginnt so ein bisschen das Stühlerücken immer, wenn der DP Regie übernimmt. Ja, genau. Dann wird aufgelevelt. Sein Assistent, seine Hilfe, sein zweiter Mann, der durfte dann Director of Photography sein, nämlich der Chris Crosskopf. Das hat alles gut geklappt. Mir ist nichts Negatives aufgefallen beim Filmen, Sebastian. Das war doch alles sehr solide, was wir diese Woche hier gesehen haben. Auch wir gehen ja heute mal wieder raus an die frische Luft. Ja, wir gehen an den Önneking runter. Das hat ja neulich jetzt ja mal jemand noch gefragt, als wir unterwegs waren. Was ist denn dieser Önneking eigentlich? Und ich kann das mal erklären. Mach das mal. Der Önneking ist da, wo ich gewohnt habe. Und wenn man da so runterging, das Viertel, dann war da so eine Kuhle. Da hätte man mal Häuser reinbauen können, hat aber keiner. Und dann war das einfach nur so eine Kuhle mit Gestrüpp. Und das sieht ein bisschen aus, wie der Bronson Canyon bei Wish bestellt. Und im Bronson Canyon filmt Star Trek öfters. Und deswegen sage ich dann immer, wir sind am Önneking. Und da sind wir heute auch wieder. Der Legende nach soll dieses Gestrüpp so aussehen, wie die Haare von König Önne. Ja, daher. Also König Önne war der Gründer von Lüdenscheid. Damals, ja, der hat das mit seinem Kumpel Louis Dorfskite, hat er das gegründet. Ja. Und ihm zu ehren wurde das dann Önneking genannt. So, könnt ihr auch auf alles auf Wikipedia nachlesen. Natürlich. Simon, wir haben heute wieder zwei Handlungsstränge. Wir haben eine Mikrohandlung, kann man schon fast sagen. Das ist so leicht, fluffig, einfach nur, dass wir die mal aus dem Weg haben sollten, gleich zu Anfang, oder? Das finde ich auch. Fangen wir damit an. Es geht wirklich um, ja, so gut wie gar nichts in dieser Folge. Um Dart. Der O'Brien. Der O'Brien steht beim Quark und spielt Dart. Und offensichtlich läuft es sehr, sehr gut. Denn er gewinnt. Und sein Kontrahent ist der Sisko, der einfach nicht den O'Brien schlagen kann. Der gewinnt ein Spiel nach dem anderen. Reißt dann auch innerviert die Hände in die Luft und sagt, hier ist nichts zu machen. Schade, schade. Und O'Brien sagt jetzt, er wäre in der Zone. Er ist also in der Gewinnzone. Nicht in der verbotenen Zone, das ist am Planeten der Affen. Er ist in der Gewinnzone hier unterwegs. Und der ist einfach untouchable hier. Der ist einfach untouchable. Der Sisko kommt auch gar nicht dazu, noch ein Match gegen O'Brien zu machen. Denn das Telefon klingelt auf dem Sisko-Kommunikator. Und er erfährt, da ist eine Nachricht von der Provisionsregierung auf Bajor. Von der provisorischen Regierung, Simon. Was habe ich gesagt? Die Provisionsregierung. Von der provisorischen Regierung auf Bajor. Aber wie sollte Provisionsregierung heißen? Vielleicht kriegst du Provisionen. Wenn du da Sachen gut machst, in der Provisionsregierung gibt es Provisionen. Sollte es auch hier geben, finde ich. Auf der Voyager ist Nelix die Proviant-Regierung. Regierung, ne? Na gut, lassen wir das. Beim Rausgehen trifft er den Bajor. Der fragt, ist der O'Brien hier? Und ja, der ist da hinten und gewinnt. Der ist in der Zone. Und mit diesem Begriff kann der Bajor nichts anfangen. Guckt ein bisschen sparsam. Und wir finden uns einige Stunden, vielleicht auch Tage später, wieder zurück in Quarks. Er spielt gerade, also er, mit er meine ich jetzt den Meister. Er spielt gerade gegen Dax. Wieder Dart. Wieder ist er in the Zone. Und diesmal steht Morn sehr prominent dahinter und applaudiert so herrlich körperklausig, wie ich finde. Der Quark, ne? Der hat ja mittlerweile schon wieder die Latinum-Strips in den Augen, in den Ohren, in der Nase, überall eigentlich, in jeder Körperöffnung. Er nämlich möchte das Ganze jetzt auch zu Geld machen, ne? Und nimmt Wetten an. Also es darf gewettet werden. Glücksspiel hier bei Quarks ist kein Problem. Man kann Wetten annehmen. Und die Quote mittlerweile ist ja schon jetzt astronomisch zugunsten O'Brien. 10 zu 1, Sebastian. Ja? 10 zu 1 wird hier auf den Sieg von O'Brien gesetzt. Es geht aber auch hier darum, dass er sein 46. Spiel hier gerade gewonnen hat. Das heißt, das Nächste ist die Nummer 47. Naja, und das ist ja so eine mystische, magische Star-Trek-Zahl. Und da sind dann eben auch schon mal die Wetteinsätze so hoch, ja? Und Quark aber beschützt seinen Champion. Er ist fast wie so eine Art Box-Manager, ist Quark hier so unterwegs, ne? Und sagt, ja, mach mal ein bisschen Platz. Vorsicht, Achtung, der Champ kommt, ja? Eigentlich müsste er eben mit so ein bisschen Franz-Brandwein einreiben, ja? Hätte er das mal gemacht. Ja, besser. Vielleicht wäre nicht dann das passiert, was später passiert. Ja, der Quark, der nutzt ja hier, der wittert ja seine Chance hier, richtig viel Geld zu verdienen mit dem O'Brien. Wir hatten so eine ähnliche Geschichte ja schon mal, ne? Das große Match O'Brien versus Bashir. Oh ja? Du erinnerst dich, ne? Das Tennis-Match, nee, wie heißt das, was die da gespielt haben? Rocketball. Rocketball, genau, Rocketball. Und hier ist das wieder so ähnlich. Aber O'Brien, der sagt erst mal so, eigentlich möchte ich morgen gar nicht wiederkommen. Ich würde gern auch mal wieder in die Hollow Suite. Ich würde gern mal wieder Kajak fahren. Das ist ja das Dingen vom O'Brien. Der will ja einfach gern Kajak fahren. Aber beim Kajak fahren geht immer seine Schulter im Arsch. Und das ist natürlich für den Quark, der hier Wettgelder scheffeln möchte, gar nicht das, was er will. Deswegen sagt er, dass er das Programm schon vor Tagen verlegt hat und nicht wiederfindet. Wir sind also wieder mal, wenn ich das richtig verstehe, in Datenträger City hier, oder Simon? Stimmt, ja. Das Programm ist weg. Das Programm ist weg. Es ist nirgendwo gespeichert in der Deep Space Nine Cloud. Ja, die gibt es irgendwie nicht, sondern musst du einen USB-Stick einstecken. Das ist vielleicht auch so eine Art Kopierschutz, Sebastian. So ein Dongle. Sonst geht das irgendwie nicht. Weißt du, sonst könnte ja jeder diese Programme irgendwo benutzen und den Quark Konkurrenz machen. Der bezahlt ja wahrscheinlich relativ viel Geld dafür. Das ist eine sehr gute Erklärung, ja. Hat er eigentlich so eine Art Konzession dann für die Hollow Suites? Weil die Sternenflotte könnte ja auch einfach sagen, wir machen für unsere Leute hier kostenlose Holodecks installieren. Weil man ist ja jede Menge Platz auf dieser Station, irgendwo in den alten Erzkavernen oder so. Und dann steht er da. Oder kann er dann sagen, nee, Leute, hier, das ist aber, ne, stehen wir im Vertrag. Jaja, das ist alles Teil eines unfassbar komplexen Vertrags, den Quark damals unterschrieben hat, als Bedingung, dass er Mr. Community Rebuilding wird. Wird, ne, im Grunde, der da das helfen soll. Wissen wir, ein Emissary, ne, will ja Cisco, dass er da bleibt. Damit da sowas wie Community leben ist auf Deep Space Nine. Ja, gut. Ja, er gibt ja alles Sinn. Also, Kajak kriegt er nicht. Dann sagt er, na gut, weißt du was, Quark? Ich spiele morgen wieder, 47. Spiel. Mach mal 15 zu 1. Ich fühle mich richtig gut. Ich gewinne das Ding morgen. Ja, und morgen ist dann die nächste Szene. Da läuft das Spiel gerade gegen einen vulkanischen Wissenschaftsoffizier. Also, Vulkanier in so Spielen, Sebastian, sehen wir jetzt auch schon. Schon mehrfach haben wir das gesehen. Und wir werden es auch noch mal sehen in einer Folge, die ich sehr mag, die noch kommen wird. Das ist total unangenehm, mit denen zu spielen, glaube ich. Weil die tun immer so, als wären sie so emotionslos. Aber mit ihrer Logik drücken sie dir, glaube ich, ständig einen rein. Ja, das ist so. Und wir sind ja jetzt auch hier schon eigentlich von dieser ursprünglichen Vision, wie Vulkanierinnen und Vulkanier aussehen, sind wir so entfernt. Weil das sind ja, weißt du, der ist jetzt hier ein bisschen bulliger als ein gewöhnlicher Vulkanier. Ja. Der hat den Enda gespielt, den Endas Sohn, den wir hier sehen. Und dann sind das immer so langweilige, logische Weißbrote. Dabei sind Vulkanierinnen und Vulkanier in der Ur-Serie so feurige Slaven und Slawinnen, die sich nur so schwer unter Kontrolle haben. Weißt du, so vom, ja, von der Wirkung her. Die haben schon ihre Logik da und die sind ganz trocken. Aber du merkst, wenn der gleich ausflippt, dann ist auch nicht gut. Und wir sind aber jetzt im Bermontrack, sind wir bei Tuvok, ist ein bisschen anders noch, aber bei Bermontrack sind wir immer so, dass die Vulkanierinnen und Vulkanier sind so, das ist nicht richtig. Fast so robotermäßig. Robotermäßig, aber auch hochnäsig, finde ich. Die wirken immer so unsympathisch, ne? Und da war Spock noch anders drauf. Der hat zwar manchmal auch genervt mit seiner Logik, aber der wirkte nie überheblich. Das stimmt. Oder arrogant. Und das ist hier so, ist ja ein guter Kontrast natürlich zu so einem Mensch, ja, wie der O'Brien. So, der Amerikaner sagt Mensch dazu, wie das eben der O'Brien ist. Und der ist hier auch wieder am Gewinn. Und dann will er natürlich ein Synth Ale haben. Oder es ist andersrum, Quark besorgt ihm ein Synth Ale, ein alkoholfreies Bier. Ja, Sebastian, das ist ja eine schlechte Idee, ne? Der denkt sich, er fasst so hinter sich. Oh, lecker. Ah! Eigentlich ist der Gag ja scheiße. Aber ich habe tatsächlich gelacht darüber. Ja, ich fand es lustig, weil O'Brien und Synth Ale oder Alkohol generell oder Bier oder so, das passt einfach wie die Faust aufs Auge. Und natürlich verletzt er sich dabei. Über so etwas verletzt er sich. Also ich fand das eigentlich ganz putzig. Ja, und dann heißt es natürlich von dem Vulkaner, wenn der jetzt hier weggeht in eine Krankenstation und so, dann ist das Spiel aufgegeben und dann gibt es hier 15 zu 1. Aber der scheint auch auf sich selbst gewettet zu haben, der Vulkaner. Vulkaner, ja? Richtig. Und naja, dann denkt der Chief, ja, ich mache das nochmal und will nochmal werfen und geht überhaupt nicht. Tut scheiße weh. Wer es bestätigt, ist der Julian. Der Julian sagt, hör mal, da ist alles kaputt. Sagt der. Ja, da ist alles kaputt. Alles kaputt. Und Protator-Kaffee ist im Arsch und hier und da und ist auch krass, ne? Dass das mit so einer, also das kann ja passieren. Also wenn du zum Beispiel deine Hände so voll nach oben so, weißt du, und du bist nicht aufgehört oder so, kann das passieren, dass deine Schulter rausfliegt. Aber er hat ja einfach nur so nach hinten gegriffen, ne? Also schon für so diese Art von Verletzung schon ziemlich krass. Aber es ist eine krasse Verletzung. Er muss operiert werden. Da fand ich auch lustig, dass der Bescher sagt, ja, da wird quasi ein neues Schultergelenk eingesetzt und sagt auch nur so, ist eine ganz einfache, unkomplizierte Operation, aber es muss gemacht werden. Man ist halt weiter medizinisch. Man ist halt, ja, genau, durchaus weiter medizinisch. Er muss da jetzt bauen an der Schulter als Baumediziner. Und ich werde es nie sein lassen, Simon, es tut mir sehr leid. Aber, und Quark sagt nur, ich habe ihm doch nur einen Drink gegeben. Sagt er fast schon wie Rom. Ja, wollte gerade sagen, ist wie Rom, hat sie es jetzt angehört, ne? Tja. Simon, der Quark hat ja das Kajak-Holodeck-Programm von dem Meister in Geiselhaft. Und der Quark ist ja manchmal auch so ein Arsch und den mögen nicht immer alle so, vollumfänglich, ja? Ja, ist das hier vielleicht sogar ein Schauspiel, was der Meister und der Julian aufführen, um Quark eins auszuwischen? Ich denke, dass jedes Mal, wenn ich das sehe, dass das in der nächsten Szene rauskommt und dann kommt das nicht raus als solches. Es wäre folgerichtig gewesen. Ich denke das auch immer, wenn der Unfall passiert. Also wenn Miles seine Hand so nach hinten macht, ah, dann wirkt das so gespielt. Was daran liegt, dass es halt gespielt ist. Ja, nun. Wir sehen ja hier einen Mobenschanz, der wird uns ja hier aufgeführt und wir sollen glauben, dass es echt ist. Ja, was soll ich dazu sagen? Ist aber nicht so. Also das ist eine Interpretation von dir, aber die Folge macht nichts, um das zu bestätigen. Okay, dann gehen wir mal davon aus, dass sie ehrlich sind und das nicht gemacht haben jetzt, sondern das ist eine wirkliche Verletzung. Würde ich machen, würde ich machen, ja. Ist es dann für Quark nicht uncharakteristisch, dass er das nicht mal unterstellt und sagt, ich laufe euch jetzt mal hinterher und gucke mir mal auf der Krankenstation an, ob der wirklich die Schulter kaputt hat? Denn normalerweise wittert er dann ja auch Beschiss und sagt, nee, 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 das will jetzt erst mal, das ist also so einfach, es geht hier um 15 zu 1 und da ist eine Menge Latinum im Spiel, Simon. Vielleicht hat er es knacken gehört in O'Briens Schulter. Na, okay. Dann steht er direkt daneben, vielleicht hat er es gehört so. Oder er vertraut dem Beschirr mittlerweile so sehr, dass er glaubt, er wird mich nicht belügen hier. Oder er hat einen schlechten Tag. Ach, vielleicht auch das, ja. Oder er macht es offscreen und geht dann in die Krankenstation und schaut sich die Operation an, Sebastian. Das ist eine sehr gute Frage, die ich anhand des Gesehenen nicht abschließend beantworten kann für dich. Wäre die Folge besser oder schlechter oder wäre es egal, Simon, wenn dann noch so ein bisschen Winkelzüge eingezogen würden, so der eine für A stehen und der andere für A stehen? Weil so ist es ja jetzt wie so eine total geradlinige Geschichte ohne doppelten Boden. Ich verstehe es auch nicht wirklich. Also ich habe überlegt, ob die einen Bezug haben könnte zur A-Story, zu der wir noch kommen werden. Mir fällt nichts ein, gar nichts, was da eine Parallele sein könnte. Ja, also steht die für sich, für mich. Und deswegen muss ich sie für sich auch beurteilen. Und die ist halt, also ich weiß nicht, was das soll, ehrlich gesagt, weil die ist jetzt auch nicht total raffiniert. Okay, der O'Brien hat halt eine Glücksträhne. So, da verletzt er sich und die Glücksträhne ist vorbei. That's the story. Great story. Und in der letzten Szene kommt dann so als Pointe noch, dass, ja, es ist ein bisschen Zeit vergangen. Die Schulter ist wieder in Ordnung, aber er wirft nicht mehr so geil. Deswegen sagt er sich, naja, es war geil, sich mal so geil gefühlt zu haben als so ein Zone-Meister, ja. Aber jetzt gehe ich kajaken. Quark macht auch so, ja, er geht schon in die scheiß Hollow Suite. Und dann wirft der Bashir mal so richtig ins Schwarze mehrfach. Und dann quark wittert den Nächsten, der in der Zone ist. Und dann scheint diese Geschichte jetzt von vorne zu beginnen, aber damit endet das dann. Setzt das nochmal einen Clou da oben drauf, Simon? Das Einzige, was ich dabei gedacht habe, was ich mir dabei gedacht habe, ist, dass der Bashir plötzlich so gut trifft. Und ja, der O'Brien ist ja auch nicht mehr dabei. Der Bashir kann ja jetzt gut treffen, weißt du? Ja, ja. Das versteht man nur, wenn man die weitere Geschichte unseres lieben Doktors kennt, ja, die dann der einst mal enthüllt wird. Das habe ich dabei gedacht. Den Clou habe ich nicht verstanden. Ja, jetzt hat halt der andere mal Glück. Mal hast du Glück, Sebastian, mal hast du Pech. Mal habe ich Glück, Sebastian, mal habe ich Pech. Manchmal mal einen Lauf, manchmal mal eine Woche, die ist komplett scheiße. Manchmal mal eine Woche, die ist komplett geil. Manchmal nur die Hälfte der Woche. So ist das Leben, liebe Kinder. Ja, womöglich, so ist das Leben. Er sagt das Skeletor und ging zurück in seine Burg. Ja, ich habe ja oft nicht mehr, ich habe ja schon lange nicht mehr die lustigen Taschenbücher oder Mickey Mouse Heft. Mickey Mouse Heft ist, glaube ich, das Bessere. Weil manchmal war noch so eine Seite zu füllen im Mickey Mouse Heft. Und dann gab es so eine Mini-Story. Ja, wo eigentlich nur so ein Gag da war. Aber weil es auch nur eine Seite war, konnte der nicht irgendwie gut aufgebaut werden. Oder es gab es auch nicht viel zu holen. Für mich ist das, was ich hier sehe, wie so noch so eine Seite im Mickey Mouse Heft, die übrig war. Ja, schon. Wenn das jetzt Interiche wären, so, wird es vielleicht auf uns gehen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was das soll. Das ist, ja, wir zeigen mal wieder unsere netten Leute auf der Station, wie die irgendwas machen, um eine Geschichte, die ja deutlich, na ja, jetzt wirklich düster auch nicht ist, aber schon schwerer ist, so ein bisschen aufzulockern. Kann man machen, kann man aber auch besser machen, glaube ich. Kann man auch weglassen. Niemand wird sich daran erinnern. Womöglich. Jetzt spulen wir aber zurück an den Anfang der Folge und erinnern uns daran, dass Cisco einen Telefonanruf bekommen hat. Er möchte bitte auf die Ops kommen. Da wurde ihm Offscreen etwas gesagt, was er jetzt mitzuteilen hat. Und kurz bevor er zu dieser Mitteilung schreitet, schalten wir in ein Quartier. Richtig, nämlich in das der Kira Nerys und die, ja, kniet vor so einer Art Altar, ja. Und in der Mitte dieses Altars ist eine Lampe an, so eine Kerze brennt da. Und Kira betet, man hört das so auf Bajoranisch, aber man stolpert sofort auf den Namen Beryl, ja. Also sie macht so ein, wie so ein Gebet, in dem dann eben auch Beryl drin vorkommt. Und dann denkt man sich schon, aha, die macht jetzt, ja, so eine Fürbitte, wenn du so willst, für den Verstorbenen. Es ist ja noch nicht lange her, dass der Dirty Diakon das letzte Mal Dirty war. Ja, genauer gesagt sind es drei Monate, wie wir später hören, was ich recht kurz finde. Ja, viel passiert, ne. Wenn man sich überlegt, was für Episoden alle in diesen drei Monaten dazwischen sich ereignet haben sollen. Unter anderem auch die Episode Explorers, die ja an sich schon viele, viele, viele Wochen dauerte in erzählter Zeit. Ich weiß nicht, wie das nur drei Monate sein können. Das stimmt, ja. Da ist wieder mal was schiefgelaufen. Ja, da ist wieder mal was schiefgelaufen. Hätte man gesagt, ein halbes Jahr, es wäre genauso passend und die Geschichte wäre nicht schlechter. Und ich hätte nicht vom Fernseher gemacht, weil eine viel zu kurze Zeitspanne gesagt wurde. Da hast du recht, ja. Mir ist, ich habe wieder, guck mal, ich bin wieder, mir ist das schon wieder nicht aufgefallen. Ich habe das einfach nicht mitgekriegt. Ich dachte so, naja, passt doch. Wie leicht man mich verarschen kann. Wie leicht man mich, wie leicht ich zu beeinflussen bin. Unglaublich. Die sagen dann so, ich habe da, ja, das passt. Das wird schon richtig sein. Stimmt, drei Monate her, passt. Und dann diesen nächsten Schritt zu gehen und weiterzudenken. Habe ich einfach nicht gemacht. Ach, Simon. Ist doch völlig okay. Okay, das ist, ich wünschte ja auch, ich würde das nicht immer so sehen, weil ich hätte, glaube ich, ein leichteres Leben, wenn so eine Folge läuft einfach, weißt du? Ja, aber wir würden das hier nicht im Podcast besprechen und deswegen finde ich es gut, dass du das siehst. Ja, okay, so gesehen. Ich habe ja auch einen Riesenspaß daran, zu versuchen, dir diese Dinge dann wegzuerklären. In diesem Fall kann ich es nicht, weil du hast völlig recht, das ist eigentlich unmöglich, was Kira da sagt. Vielleicht ist sie verwirrt. Sollen wir mal kurz Revue passieren lassen, was in den drei Monaten passiert ist? Simon? Ja, komm. Wenn es wirklich nur drei Monate war. Na klar, aufi. Ich gehe mal auf trackamdienstag.de. Da gibt es nämlich die Unterseite, alle Episoden. Da könnt ihr auch, wenn ihr den letzten Reiter auffaltet, alle Episoden von Track am Dienstag in Veröffentlichungsreihenfolge, da könnt ihr sehen, wie die weitere Ausstrahlungsreihenfolge bis zu Episode 725 ist, die wir hier machen werden. Falls ihr mal euch, weiß ich nicht, irgendeinen Ausdruck davon aufs Klo hängen wollt oder so. Ja, so abhaken. So abhaken, genau. Oder schön durchstreichen mit so einem Edding. Also nach dem Tode, Desperile, sind Odo und Kira und dann eine falsche Kira auf einem Asteroiden gestrandet und da war, der Fuß war eingeschlossen. Dann kamen die drei kardassianischen Wissenschaftlerinnen und das Ding ist durch das Wurmloch geflogen, dieser Meteor. Und dann blieb das auf. Danach kam der Nagus und wurde verändert von den Wurmlochwesen. Danach wurde der Meister zu einem, der immer in die Zukunft springt, paar Stunden. Danach war Bajir aufgrund eines telepathischen Angriffs in seinem eigenen Kopf gefangen und musste sich dagegen wehren. Anschließend hat es den Spencer verschlagen ins Spiegeluniversum. Darauf dann ist eine große, epische Storyline aufgebracht worden mit Garak und Odo und Ina Brontaine und die Romulane und die Kardassianer und das Dominion. Danach sind die beiden Ciscos mit einem Solarsegler losgeflogen und anschließend hat noch Quark seine Mutter vor der Finanzbehörde zu Hause gerettet. Drei Monate, Simon. Da ist halt was los auf Deep Space Nine. Ich finde dein Explorers-Argument bestechend. Also das macht es unmöglich. Das andere, da würde ich sagen, wird dir nicht langweilig. Aber ich kenne auch solche, also ich kenne auch solche Monate, wo so viel passiert, dass du denkst, wow, das gibt es doch jetzt überhaupt nicht. Aber diese ganze Dominion, also diese ganze Geschichte mit Ina Brontaine auch. Anyway. Jedenfalls, Tür geht auf, Spencer steht in der Tür und sagt, du, pass mal auf, ich muss dir was erzählen. Das ist jetzt ein bisschen wie ein Schock. Und denkt man, wieso, für ein Schock. Naja, der Minister Callum Abram ist gestorben. Das ist der, ne, der Interims, was habe ich vorhin gesagt, der Provisionsregierungsminister. Also der Chef der Provisionsregierungsminister. Bundeskanzler. Ne, das kannst du besser. Der, der, ja, später. Mach ich dann. Also so, der ist jetzt gestorben. Das ist aber doof, ne. Der war doch eigentlich ganz gut. Und warum? Ja, Herzfehler. Und das finde ich schön, diese Szene. Kira sagt, how? Und dann sagt Cisco, heart failure. Und dann sagt Kira so, ah, okay. Und das fand ich, das war ein super Detail, weil Kira hat wahrscheinlich schon vermutet, oh nein, da haben sich, da schwangen sich wieder irgendwelche Leute die Köpfe ein. Oder Kai Winn hat ihn um die Ecke gebracht. So kann man ja durchaus auch glauben. Und ja, Sebastian, Kai Winn hat tatsächlich etwas mit dieser ganzen Sache zu tun. Es wäre geil, wenn der Cisco gesagt hätte, die Lachs-Schaum-Speise. Aber das ist so nicht. Entschuldigung, ich wollte dir nicht, aber das lag jetzt einfach nicht. Das macht nichts. Ja, das kannst du nie liegen lassen, aber das finde ich gut. Und vielleicht hat Kai Winn auch was damit zu tun, Sebastian. Jetzt könnte ich auch wieder spekulieren, so wie du vorhin. Ja, könnte ich jetzt auch reininterpretieren. Vielleicht war Kai Winn nicht unschuldig am plötzlichen Tode des Ministers. Denn, Sebastian, was ja noch dafür sprechen würde, sie beerbt ihn. Ja. Sie ist die neue Regierungschefin der provisorischen Regierung. Jetzt hat sich Regierung gedoppelt, egal. Simon, wie kann das sein? Wenn der erste Minister aus den Latschen kippt, installiert man die Päpstin. Die sowieso schon viel mehr Macht hat als auf Erden so eine Päpstin oder Papst. Sie muss sich ja noch zur Wahl stellen. Aktuell hat sie keine Gegenkandidaten. Ich glaube, das ist so ähnlich wie, die haben wahrscheinlich irgendwie so ein Gesetz, wenn jetzt der Minister aus den Latschen kippt, dann werden die Geschäfte interimsmäßig geführt von dem spirituellen Oberhaupt. Aber es muss eine Wahl stattfinden. Ich glaube, sie ist so quasi übergangsweise Chefin. Aber sie will natürlich auch legitimierte Chefin werden. Also sie will ja die Wahl gewinnen. Und auch davon erfahren wir dann gleich, dass da die Chancen recht gut stehen. Also ich denke, das ist so zu erklären. Ich finde, es ist zu viel Macht in eine Portion, in eine Portion vor allem, eine Person reingeballert einfach. Nur das sollte selbst auf Bayern nicht möglich sein. Gottkaiserin, hast du ja schon gesagt vorhin, das ist einfach zu viel. Natürlich ist das so. Das ist wie ein doppeltes Big Mac Menü. Da ist auch zu viel Macht reingeballert in eine Portion, ja. Zwei Mal Pommes, oh Gott. Und naja, jedenfalls, da haben wir, glaube ich, schon mal diskutiert, oder? Über diese ganze Geschichte da auf Bayern. Da haben wir richtig lang drüber diskutiert sogar. Ich bin da ja ein bisschen milder. Da ist ja alles noch, die müssen sich ja noch finden und so. Und es sind immerhin, die ist von den Propheten ernannt worden, die Kai-Win, Sebastian. Die Propheten haben gesagt, Kai-Win ist da. Und deswegen ist man nicht misstrauisch. Ja, na gut. Außerdem hat sie die Karassianer Frieden, sie hat Frieden gebracht mit den Karassianern. Ja, das kommt ja gleich auch noch aufs Tapet. Ja, aber ist okay. Müssen wir nicht nochmal darüber diskutieren. Du hast völlig recht. Lass uns mal was anderes diskutieren. Lass uns darüber diskutieren, Simon, was im Jahr 1996 mit mir passiert ist, als ich das erste Mal diese Folge geguckt habe. Ich bin nämlich mit verzerrtem Gesicht vom Sofa gerutscht. Mit dieser Information, dass die Kai-Win jetzt Gottkaiserin ist und wir in den Vorspann gehen. Nicht wegen der Information an sich, sondern wegen der Musik, die er auf einmal machte und vorspann. Also so ein völlig dissonantes, überhaupt nicht zu dem Bild passendes Geschrammel. Und ich dachte, hat irgendwie heute Morgen der Jay Chatterway, hat der heute Morgen Spüli gesoffen versehentlich oder sowas. Ja, ich, Sebastian, das ist ja cool. Mir ist das auch aufgefallen, die Musik in dieser Folge. Ich habe es ja auch stehen, ich hätte es später nochmal gebracht. Da gibt es auch so ein Beispiel. Und ich fand das ja ganz zauberhaft, dass jetzt plötzlich das so komisch wird, weil Kai-Win und wie die sich da wieder in diese Regierung reinfrickeln will und was sie alles so wieder da plant, da fand ich das sogar, okay, ich bin jetzt nicht der größte Fan davon, aber ich fand das sogar mal einen netten Versuch, da mal so diese Disharmonie da reinzubringen. Also ich fand das so irgendwie ganz reizvoll. Und Jay Chatterway finde ich oft nicht ganz reizvoll. Es ist ja auch nicht Jay Chatterway. Es ist unser nächster Komponistenkandidat an Bord, der uns bis zum Ende von Enterprise begleiten wird mit seiner allerersten Arbeit hier. Wir haben hier Paul Béagent und das Problem ist, der komponiert immer so. Das ist doch super. Ich habe das gar nicht so in Erinnerung. Da kann ich mich auf was freuen. So wie ich, das ist so, jetzt kommt eine steile Voraussagungsthese von mir, Simon. So wie jede Folge durch die Musik von Ron Jones besser wird oder durch die Musik von David Bell, den ich ja auch liebe, der erst vor kurzem hinzugestoßen ist, besser wird. Und so wie das, was Dennis McCarthy und Jay Chatterway machen, meistens irgendwie egal ist, so reißt für mich Paul Béagent jede Episode so ein bisschen runter. Das ist dann, wie du neulich diesen Kellner hattest, der Soßenfleck auf dem Hemd. Weil der macht immer unangemessen, merkwürdige, dissonante Musik. Selbst in schönen, glücklichen Szenen liegt da so ein komisches, disharmonisches, auch eher so Moll, so drunter. Und für jemanden, der davon betroffen ist, kann ich nur sagen, dann ist für mich wie Musik gewordene Depression, was ich höre, wenn der Musik macht. Ich finde das, ich finde das ist so, auch immer so langsam, da ist nie ein Takt, das ist immer nur so geschmiert irgendwie. Ich finde, das ist, also, der ist immer nur so vier oder fünf Mal pro Staffel dran, aber das ist noch zu viel, finde ich. Ich bin ja sehr gespannt. Ich bin ja durchaus ein Freund von, mitunter disharmonischer Musik. Mal gucken. Für mich baut die auch immer auf, sowas. Also, ich bin ja eher, mich baut ja traurige Musik teilweise sogar auch auf. Also, ich mag das ja, so dunklere Töne und düstere Töne und traurige Töne. Ich ziehe da irgendwie Energie raus. Ich bin sehr gespannt, ob mir das auch auf den Sack geht, Sebastian. Ich bin sehr gespannt. Ja. Ich mag es halt, wenn ein Thema da ist, das man erkennen kann. Wenn du merkst, ah, da ist eine Melodie oder vielleicht sogar ein Leitmotiv. So weit darf es ja bei Baum und Track nicht gehen, sonst hebt da Rick seinen Finger. Aber sich auch der Melodie komplett zu versperren, Simon. Also, das ist nicht nur Jazz. Das ist nicht nur Free Jazz. Das ist einfach. Findest du das so krass? So krass ist mir das gar nicht aufgefallen. Ich fand das überraschend und nett und irgendwie. Aber ich fand, also, ich muss mir das, glaube ich, nochmal anhören. Ich höre mir das nochmal an. Mach das mal. Ich gebe dir in der nächsten Folge nochmal Feedback zu diesem Thema. Ich weiß ja nun auch, dass wir einige in der Hörerschaft haben, die von Musik viel mehr Ahnung haben, als ich es habe. Und dass auch du, Simon, viel mehr Ahnung von Musik hast, als ich es habe. Und ich würde euch bitten, mehr denn je, geht mal ins Forum auf trackamdienstag.de und erklärt mir mal vielleicht, was da passiert in Chakar und mit dem Paul Béagent und seiner Musik. Ja, mach das bitte. Sehr gerne sogar. Aber das ist doch, du intellektualisierst dann so etwas, was auf Emotionsebene so gut funktioniert wie Musik ist. Entweder funktioniert das für deine Ohren oder nicht. Ich kann dir hundertmal erklären, was der sich dabei gedacht hat. Das ist ja die berühmte Geschmackssache auch an der Stelle. Ja. Wir werden sehen. Ja, dann halten wir mal fest, er geht diametral zu meinem Geschmack einfach nur, der Typ. Diametral. Das finde ich spannend. Ja, also ich werde mal darauf achten. Wie heißt der? Paul Bucus? Paul Béagent. Bailargeon geschrieben, mit A-I-M-Angel. Bailargeon. Paul Bailargeon. Ja. Béagent. Join. Also noch ein krasserer Name eigentlich als Au Béagent. Also, Kai Winn, neue Anführerin der provisorischen Regierung. Autsch. Autsch, sagen wir mal nur. Dann gehen wir in den Vorspann und kommen aus dem Vorspann wieder zurück. Und jetzt zünden Odo und Kira nochmal die Expositionsbombe für uns, Sebastian, und erklären uns nochmal, was da überhaupt los ist. Der Odo ist erstmal am Labern, dann kommt der da in die Nachtschicht und dann der und Kira hört nicht zu. Hallo, hallo Major, Odo an Major, Kira, ist irgendwas? Ja, sorry Odo, ich bin so ein bisschen abgelenkt, da die Sache mit Kai Winn, die finde ich richtig, richtig scheiße. Du hast ja, Sebastian, hast ja auch schon erklärt vorhin, warum das so ist, dass da jetzt die Macht gebündelt wird in einer spirituellen Führung und in einer politischen Führung. Und jetzt erfahren wir auch, dass niemand gegen sie antritt aktuell. Sie ist die einzige Kandidatin und dann ist sie ja für sechs Jahre Amtszeit, würde sie sich verpflichten. Und der Odo vermutet jetzt und fragt sie auch, naja, ich sehe das ja, ich bin jetzt ja nicht so persönlich wie du. Aber du denkst ja oder weißt, dass sie mit Verantwortung trägt an Buriles Tod. Wir erinnern uns, sie hat den komplett zu einem Zombie im Grunde verwandelt, damit er diese Friedensverhandlung führen kann für sie. Und er sagt Kira, aber nee, das ist eigentlich nicht so. Also das ist natürlich so, das spielt da schon mit rein. Aber ich mache mir Sorgen um die Zukunft von Bajor, denn die ist ja so eine machtgeile Person. Und wenn die gewählt wird und einmal diese Macht dann hat, wird sie sie nie wieder abgeben. Und Sebastian, da ist es mir wie Schuppen außen angefallen. Das klang 1996 nicht so bitter wie 2024, oder? Oh ja, genau. Kai Trump haben wir hier. Oder auch Kai Putin. Oder Kai Putin. Ja. Die kannst du alle da reinsetzen. Also Putin ist natürlich ein wesentlich besseres Beispiel noch. Du kannst auch die Chinesen, also alle oder hier den lustigen Typen aus Nordkorea oder so. All diese Leute. Und wenn ich so nach Richtung USA schaue, also ich hoffe es ja nicht, aber ich sehe schon eine gewisse Gefahr, dass wenn der Trump nochmal gewählt wird, dass er irgendwie, irgendwie versuchen wird, dass sich daran bloß nichts ändert. Ich hoffe, dass dann die demokratischen Schutzmechanismen so gut sind, dass das nicht passieren kann. Aber so wie er sich verhalten hat bei der letzten Wahl, die er dann verloren hat, da schwant mir nichts Gutes. Und da, ich hatte, also ich musste sofort an Trump denken. Aber Putin ist natürlich nochmal, nochmal ein anderes Kaliber. Und der hat das ja im Grunde gemacht. Der ist ja seit tausend Jahren da an der, an der, an der Macht gefühlt, ne? Ja, ja. Oder hat irgendwelche Puppenspieler, äh, Marionetten hat er dann irgendwie eingesetzt. So ist es. Man denkt auch tatsächlich dann an diesen Sturm aufs Kapitol oder wie Trump es neulich vor ein paar Tagen nannte. Genau. Dieser Abend, wo, dieser Tag, er hat da so eine Liebe gespürt unter den Menschen, ja? Unfassbar einfach nur. Unfassbar, ist schlimm. Also ich lache so, aber es ist einfach nur, äh, mir vergeht es, ja? Man lacht über die Absurdität einfach, ne? Also man lacht, das kann alles nicht wahr sein. Das ist eine Wrestling-Storyline, die da jetzt passiert, ne? Ja, schon. Ja, und so passiert es jetzt auch hier. Und Kira sagt auch etwas, die, wenn man diese Sätze von Kira hört, denkt man, ja krass. So nach dem Motto, dass die Leute das nicht sehen, sagt sie auch, ja? Ja, ne? Wieso? Warum? Und dann sagt Odo, was, ja, was auch wirklich so ist und was ich auch unterschreibe. Das Problem, wenn man Leuten die maximal möglichste Freiheit gibt, dann gibt man ihnen auch die Freiheit, dass sie manchmal falsche Entscheidungen treffen. Und das fasst es gut zusammen. Freiheit hat ihren Preis und der Preis ist, dass jeder frei ist und auch jeder anders sein darf und jeder auch eine andere Meinung haben darf. Und das ist der Preis der Freiheit. Aber deswegen ist sie auch so kostbar. Hat auch ein bisschen was hiermit zu tun, weil sie spricht ja, wir sind gerade erst von den Kadassianern weg. Es hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass da so eine, das hat ja auch zu heute so einen Bezug, so eine Art Sehnsucht ist, zurück in die Unfreiheit. Richtig. Bei manchen, ne? Das gibt es auch, ne? Weil das, ach, das kann so alles, wie das läuft, kann das nicht weiter gehen, ne? Und wir müssen da eigentlich das beschränken. Und das hast du in unterschiedliche Richtungen, ne? Irgendwie den starken Mann oder du hast irgendwie, wir müssen nur noch in diese Richtung bitte denken. Und das ist, ja, das ist halt schwierig. Aber als Mensch, dem Freiheit unendlich wichtig ist, hat mir hier Ode aus der Seele gesprochen. We have to live with it. Das andere wäre nämlich, ja, muss die Leute halt ihrer Freiheit berauben, eine Entscheidung zu treffen. Und dann hast du eine Dystopie. Die Frage ist natürlich, wie kacke ist das, wenn beide Wege, die in diesem Algorithmus wegzeigen, von diesem Ereignisfeld, bei dem wir hier gerade stehen, in Deep Space Nine, sage ich jetzt mal. Ja, wenn die beide in die Dystopie führen. Tja, ja, das ist eine sehr spannende Frage, ne? Ich weiß nicht, ich bin dann wahrscheinlich eher, ich gehöre dann eher zu den Leuten, die dann lieber in Freiheit in die Dystopie gehen, als in Unfreiheit. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Ja. Ich glaube, ich würde nicht leben wollen in einer, es wäre für mich dystopisch, wenn alles total schön ist, ne? Alles super, Vögelchen singen, aber ich kann nicht denken, wie ich möchte. Oder ich kann nicht das machen, was ich möchte, natürlich im Rahmen eines Gesetzes, das ein gewisses Miteinander überhaupt erst möglich macht. Ja, ich glaube, das würde ich nicht wollen. So, nach dem Motto, du musst jetzt Gärtner werden, ist doch schön da draußen. Ja. Keine Lust, will ich nicht. Ja, krass. Ja, ich glaube, nachher kommen wir da auch nochmal, wir wiegen gleich mal in die Geschichte ab und nachher müssen wir auch nochmal so eine Einlassung haben, denke ich mal. Weil Star Trek wird ja hier sehr, sehr deutlich auch in dem, was es hier erzählt. Zwischendurch haben wir nämlich auch nochmal gehört, warum die Leute auf Beja so begeistert sind von oder wen? Naja, die ist die Gallionsfigur, die man für diejenige hält, die den Frieden mit den Kadassianern ermöglicht hat, obwohl es im Hintergrund der Barai war. Aber dieses Narrativ wurde entweder nie erzählt oder ist in Vergessenheit geraten oder wurde von ihr verdreht oder was auch immer. Das ist einfach nicht da und deswegen gilt sie so als eine Lichtgestalt. Genau. Also ich denke, dass diese Szene mit Udo uns einfach zeigen sollte, was da alles passiert ist und dass wir jetzt nochmal alle wissen, okay, verstehe. Die Wind hat den Barai, den Tod des Barai ausgenutzt und ganz schlimm. In der nächsten Einstellung ist Kira weiterhin am Beten. Also das ist ihr wirklich wichtig. Und sie hat noch eine ganz, ganz enge Bindung zu Barai. Also sie ist noch in der Trauerphase, wenn du so willst, auch wenn es schon drei Monate her ist, in Anführungszeichen. Dann klingelt's. Ding dong, hallo, ich, hi, ich bin's, die Kai, sagt die. Hey, schlag rein, gib mir fünf, Kira. Nein, sie sagt natürlich wieder ihren typischen Spruch, hallo Kind. Hello Child. Und das erste, was Kira sagt, ist, weiß der Spencer, dass du da bist, also Eminenz, ja, aber weiß der Spencer, dass du da bist? Nee, ich bin nicht da, um den Emissary zu sehen, ich bin hier, um dich zu sehen. Oh, was steht denn da für eine Kerze? Ach so, für den Minister Callum, ne? Und das, Simon, dann ist doch wieder kalkuliert bis hinten gegen, was sie da sagt, oder? Das ist total kalkuliert und sie drückt der Kira wieder einen rein und sagt ja auch, ach, der Barai, aber der ist doch schon drei Monate tot, was machst du denn hier noch? Schon. Und Kira sagt, ich liebte diesen Mann. Im Gegensatz zu dir, weil bei deiner ganzen Karasianer-Nummer hast du nie von ihm gesprochen. Und da heißt ja auch wieder die Kai Wind, ne? Der Barai, dem war doch dieser Erfolg, den wir da hatten, war ihm doch Lohn genug, der wollte doch nie Glanz und Gloria haben. Und dann, komisch, dass du das nicht weißt, dass du so wenig weißt über den Vedek Barai, wenn du ihn doch geliebt hast. Und spätestens da wäre mir an Kira Stille wahrscheinlich die Hand ausgerutscht. Ja, ja, schon. Es ist unterirdisch, was sie sich rausnimmt. Ich bin wirklich kein gewalttätiger Mensch, da wäre mir, glaube ich, die Hand ausgerutscht. Was wollen sie? Eminenz ist die Rückfrage. Und sie rückt mit der Sprache raus. Und jetzt wird die Story merkwürdig mondän, wie ich finde. Weil, also nicht mondän, sondern mundane eigentlich. Also merkwürdig weltlich, ja? Oder so gewöhnlich. Denn es geht um die Bauern. Jetzt kommen auch die Bauern da rein, Simon. Ja, es ist sehr zeitlos hier, was hier passiert. Genau, ja. Jetzt kommen die Bauern rein. Denn in der Rakanta-Provinz, das ist ja eine sehr, sehr fruchtbare Region, da sollen so Bodenentgiftungsapparellos hingeschickt werden. Und um da schön was wachsen zu lassen, dann wächst da alles Mögliche und dann kannst du herrlich exportieren. Und dann kriegt Bayer Devisen und es geht vielen Leuten sehr, sehr gut. Und der Handel wird angetrieben. Klingt ja eigentlich gut. Klingt eigentlich gut. Muss auch nochmal dazu sagen, der Boden ist natürlich deswegen vergiftet, weil die Karasianer das gemacht haben. Die sind ja dann irgendwann abgehauen nach der Besatzung, aber nicht ohne dann noch so ein paar Abschiedsgeschenke zu hinterlassen, eben in Form dieses vergifteten Erdreichs. So, tolle Idee. Man braucht dafür aber diese Aufbereitungsdinger. So, und jedes Aufbereitungsding. Und jetzt gibt es in der Dakar, in der Dakar-Provinz, da wo Kira ja herkommt, ja, du lachst immer noch, was ich schön finde. Paris-Dakur, Simon. Paris-Dakur. Paris-Dakar, Paris-Dakur-Provinz. Da gibt es ein paar Leute, die verfügen über diese Geräte und benutzen die da auch. Und die wollen die nicht zurückgeben. Aha, sagt Kira, ist ja toll. Na und, was hat das mit mir zu tun? Ja, mein Kind, was hat das mit dir zu tun? Das hat mit dir zu tun, dass die mit deinem früheren Vorgesetzten beim Widerstand, den haben sie als Chef, das ist nämlich der Shakar. Shakar, ja, Shakar. Ach, guck. Und du gehst jetzt mal dahin zu deinem ehemaligen, ja, ja, fast schon militärischen Anführer, auch wenn es eine paramilitärische Sache war. Du gehst jetzt mal dahin und sagst ihm, gib sie wieder her, die Wiederaufbereitungs-Mopeds. Kira ist erstmal sehr zögerlich, was das angeht, ne, die sagt dann nämlich, der, also ja, der hört aber nicht auf mich. Wenn der sich einmal was in den Kopf setzt, dann wird er das durchführen. Ja, jetzt denkt man nicht an dich, ja, und denkt man nicht an mich, dass du es nur für mich machst. So denken sie auch an Bayo, ja, ähm, also, sie, 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 stell dir den mal vor in dieser orangenen Kluft mit diesem Häufchen, Simon. Was haben die Propheten gesagt? Ja. Vielleicht hört uns ja ein, ein Ronny. Wir bringen wieder nicht auf Ideen. Aber das würde ich auch gerne sehen, tatsächlich. Oder? Das würde ich sehen. Das würde ich gerne sehen. Ich bin bei, ja. Ich bin bei. Traumhaft. Also, padd auf, ne? Nein, aber mach dir nicht zu viel Arbeit, Ronny, du bist so schon ein ganz, ganz lieber Mensch, also lass dir jetzt keine Flöhe ins Ohr setzen, Entschuldigung, nicht sehr so. Richtig. Also, die trudelt jetzt in dieses Horn von wegen, guck mal, es geht doch um unsere Zukunft hier, wir wollen ja in die Föderation und wenn wir diesen Handel da ans Laufen kriegen, dann werden wir da auch auf Augenhöhe mit denen reden. eher und nicht als Bittsteller und das wird einfach unser Volk, unser Land, ja, wird das stärken. Blühende Landschaften gibt's dann da. Richtig. Und, was ich auch cool finde, wie es so geschrieben wird, genau, blühen Landschaften, die Renten sind sicherer dann, ja. Und der, was ich aber schön finde an dem Dialog ist, wie, wie, wie Kira sagt, ja, aber das ist, vielleicht hat er auch Gründe dafür, der Chakar hält die bestimmt nicht zurück, weil er irgendwie böse ist oder so. Und das ist wieder, das ist Louise Fletcher halt wieder, als Kai Winn, he is my child, perhaps he is misguided. Ja, also, mit diesem Sing-Sang und diesem, also, einfach, einfach nur dieser Charakter ist, der veredelt jede Folge, sie veredelt jede Folge, ist einfach geil. Das stimmt. Sie sagt aber, mach das mal on the down low, ja, das soll hier kein Skandal werden, ne, also, ruhig, ein bisschen klandestin, ne, muss ja keiner, und ich weiß, von Widek Bareil, und drückt noch ein, dass du sehr große Überredungskünste hast, und da hat sie sie doch gerade eine Schlampe genannt, oder? Ja, natürlich, natürlich, natürlich soll das, das bedeuten, ne, also, die nächste Giftspritze. Wahnsinn. Die beiden, die beiden Damen, die werden in diesem Leben keine Freundinnen mehr. Eine Frage, Simon. Mhm. Wie scheiße ist eigentlich die Föderation? In gewisser Weise ziemlich, ja, wie wir ja schon herausgearbeitet haben im Laufe dieses Podcasts, aber du hast ja bestimmt was Besonderes im Sinn hier. Die können doch alles, die können von 0, nix auf gleich, können die irgendwelche Raumschiffe und die wildesten Sachen bauen und so. Richtig. Und Bajor ist zwar jetzt noch nicht in der Föderation, aber trotzdem, Simon, man will denen irgendwie da reinhelfen und denen auf die Beine helfen, und deswegen ist ja auch die Sternenflotte auf DS9 und vielleicht auch irgendwo anders noch, so als Entwicklungshelfende auf dem Planeten. Und jetzt haben die da diese Wiederaufbereitungsroboter, ich weiß nicht wie viele, fünf, elf, ja, so zwei, ja, auf jeden Fall nicht genug für alle. Und du kannst mir doch nicht erzählen, dass die Föderation A, sowas nicht bauen kann und B, sowas nicht mal zur Verfügung stellen würde, wenn da ein Planet ist, wo alles vergiftet wurde. Weil der Jean ist ständig irgendwo hingeflogen und hat irgendwelchen Leuten die ausgeschaltete Sonne wieder angeknipst. Und die waren noch nicht in der Föderation. Oder hat irgendwo da wieder die Anomalie in Ordnung gebracht, die ein ganzes Volk bedroht hat. Warum können die nicht mal so ein paar von diesen Scheißgeräten zur Verfügung stellen, die ja hier wirklich zentral entscheidend auch sind für die... Oder geht das dann so weit, Simon, dass man sich damit ja in die Wahl einmischen würde und dann greift die erste Direktive? Oder was ist da los, Simon? Ich verstehe es nicht. Mehrere Ansatzpunkte habe ich, Sebastian. Es handelt sich hierbei ja um kardazianisches Makro-Gas. Und das ist ein ganz besonderes Gas. Das wurde entwickelt und das ist so eine Maschine zu bauen dafür. Geht nicht so einfach. Och komm, die muss so kalibriert werden und das muss so eine Genauigkeit haben, wie so eine Spiegelglätte in der Größe von Europa. Und deswegen kannst du die nicht so schnell herstellen. Erklärungsversuch Nummer eins. Erklärungsversuch Nummer zwei. Es gibt 15 andere Planeten, die in der Reihenfolge jetzt erstmal kommen. Also Jean fliegt gerade zickzack durch die Galaxie, weil da überall ist es, überall ist gerade Feuerwehr. Überall brennt es. Die dritte Erklärung von dir, jetzt nähern wir uns vielleicht langsam einer vernünftigen Erklärung, die ist, finde ich gut, dass man sagt, das ist politisch, vielleicht hat auch Bayer nicht gefragt. Also vielleicht sagt Bayer auch, nee, wir müssen auch zeigen, dass wir das selber mal so hinkriegen. Also, dass das so ein bisschen in diese Kai-Win-Erzählung reingeht von wegen, wir müssen auf Augenhöhe mit denen reden, wir dürfen nicht immer Bittstiller sein, wir müssen zeigen, dass wir so ein Problem selber lösen können. Alles andere macht keinen Sinn, weil natürlich, warum hilft die Föderation nicht? Ich meine, die helfen doch auch im Orbit, wenn irgendwer Bayer angreift. Natürlich. Also das ist, finde ich, das finde ich schon sehr, sehr Onkel Dagobertig, dass man da nicht sagt, wir machen euch mal das Land wieder ungiftig. Ja, aber vielleicht ist es ja, wollen die Bajoraner das nicht? Aus welchen Gründen wird mir nicht ganz klar. Wenn die Kai-Win was zu sagen hat, weiß ich warum. Ja, dann ist das glasklar, natürlich. Aber jetzt ist es halt eben so, es gibt nur eine bestimmte Anzahl an diesen Geräten, der Chakar sagt, ihr könnt mich mal am Arsch lecken und Kera muss jetzt dahin, für Bajor natürlich, mein Kind. Na gut, jetzt beamen wir auch runter an den Önneking und da sieht das schon so aus, als wenn die Erde vergiftet wäre, also da wächst ja nix. Das sieht ja, das ist nur so Sand, das ist nur Dreck und dann läuft sie da durch den Önneking auf so eine kleine Hütte zu, vor so einem Feld, was aussieht, als sollten da Möhren wachsen, aber da ist nix zu machen. Das sieht so aus wie World of Warcraft damals, 2005, wenn man da auf so einem, über so einen Acker gelaufen ist und dann gegrindet hat. Ja. Aber was stimmt, es sieht sehr trocken aus und sehr heiß. Kera testet auch so mal den Boden. The soil. Ja, testet sie mal und oh, das ist alles ganz schön trocken hier. Also unwirtlich, jetzt nicht komplett wüstig, aber unwirtlich und trocken. Und dann geht sie da so um die Ecke, um das Haus rum, guckt da so rein und dann kommt eine Hand von rechts und da steht er dann, der Chakar. Der Chakar. Letztes Jahr hatten wir den bei Next Gen, ne? Den Chakar? Ah, den Duncan Regea, den Darsteller von Chakar. Den Darsteller, ja. Da war er, Beverly, ihr sah ein Kerzengeist. Unverkennbar, finde ich. Unverkennbar. Und hier steht er jetzt, dafür, dass er auf so einem Dreckacker wohnt, hat er sich die Haare geföhnt und glatt rasiert, sieht er aus. Der ist wie so eine Art Bill Pullman bei Wisch bestellt, aber nicht wie so ein Bauer eigentlich, oder? Ja, der ist so ein bisschen, so ein bisschen abgeranzter Bill Pullman, finde ich so irgendwie, ne? Ne, der sieht aus, der sieht eher auch viktorianisch aus, also der könnte so diesen Lord spielen, irgendwie, ne? So, finde ich, sieht der aus. Genau, der Chakar. Groß, hochgewachsen, ja? Und hat die Haare schön. Und hat die Haare schön. Und hat sie auch wachsen lassen. Und Kira hat sie abgeschnitten, das ist nämlich das Erste, was sie sich erzählen. Und da hat früher besser, aber dann fallen sie sich doch in die Arme und sagen, es ist gut, dich zu sehen. Komm mal rein hier, da. Da geht man da auch rein. Und es ist schon ja so eine nett eingerichtete kleine Hütte. Und jetzt erzählt man so ein bisschen. Also man merkt ja schon, die beiden kennen sich gut und haben viel zusammen mitgemacht. Es gibt auch noch andere, ja? Da haben wir den Forell und die Lupaza, die werden hier schon erwähnt, die so in der Nähe wohnen, da auch Farmen haben. Gibt noch ein paar andere. Zehn Kilometer ist das bis dahin, was ich lustig finde, dass es, dass auf Bayorn nicht in Kressepacks gerechnet wird, sondern irgendwie oder sonst was. Kilometer. Kilometer. Ja, zufälligerweise selber Einheit, ne? Die haben auch den goldenen Meter, haben sie irgendwo eingesperrt in einem Tresor. Und die kommen bald wieder. Und dann können wir mal hier wieder richtig schön reden. Und ja, dass die Farmer sind, hätte ich ja nie gedacht, ne? Also die waren ja früher ganz anders drauf. Ja, wir sind alle Farmer. Und jetzt rückkehre auch mit der Sprache raus. Sie ist hauptsächlich da eigentlich, um über das Geschäftliche zu sprechen. Und Chakar sagt, ich weiß, warum du da bist und ich muss drüber nachdenken. Damit gehen wir in die nächste Szene. Und bei der nächsten Szene sind schon die Nachbarn gekommen, nämlich Forell und Lupaza. Und man erzählt sich ganz offenkundig Dönekes aus dem Widerstand. So ist es ja. Und Dönekes sage ich auch deswegen, Simon, weil der Forell, der sieht aus wie so einer, den könntest du auch in Lüdenscheid hier so in der Kneipe sitzen. Der sitzt im Samtkragen an der Kneipe. So ein Typ ist das, ja? Das ist William Lucking und den kenne ich tatsächlich aus einigen Serien, wo er immer mal wieder mitgespielt hat. Viele dürften sich erinnern, jetzt so kürzlich an, war relativ kürzlich, Sons of Anarchy hat er mitgespielt. War eigentlich einer meiner Lieblingscharaktere in einer, ja, dann am Ende doch, wenn ich so zurückblicke, doch etwas durchwachsenen Serie. Ja, aber ich fand ihn, fand ihn da echt gut. Aber der war auch früher Knight Rider, Harder Bay herzlich und so was. Den kennst du einfach, den Typen. Der sollte, der hat auch diesen Piloten gespielt in so einem Backdoor-Pilot, der aus Magnum P.I. mal raus, als Gespin-offt werden sollte, ja. Ja, Magnum, natürlich. Im A-Team war der der, der alles hat der da abgefrühstückt. Columbo ist er mal dabei gewesen, glaube ich. Also den kennt man einfach. Ja, und das ist der Onkel Herbert, ne? Ja. So redet er. Ist ja schön, dich zu sehen. Aber wirklich. Einen Appenarm hat er auch. Und ja, Kira fahrt auch. Warum hast du ja immer noch den Appenarm? Und jetzt erfahren wir mal so ein bisschen was darüber, dass die Föderation ja doch Hilfsbereitschaft zeigt, wenn auf Bayer was nicht ist. Und dass die dann Nein sagen. Vielleicht hast du ja recht, Simon. Denn eine Föderationsärztin hat gesagt, ich kann dir den Arm da schnell wieder dran machen. Dauert nur eine Woche. Neun. Nicht den, der abgefallen ist, sondern neun, ja. Schon der zweite wundersame Arm, der hier in dieser Folge gerichtet wird. Ist der alte Stink nur ein bisschen. Entschuldigung. Dann gehst du wieder ins Kino und guckst, eh es, Simon, und dann sitzt der Pharrell hinter dir und du denkst, was ist denn hier los? Ja, mach ich, aber ich guck, eh es. Ja, ist gut. Und dann, naja. Und dann sagt er, ja, was sagt er, warum hat er sich keinen neuen Arm dran machen lassen? Ja, der erzählt eine krasse Geschichte. Und zwar hat er zu den Propheten gebetet und hat gesagt, ich gebe mein Leben, wenn ich meinen Freunden helfen kann. Ja, also er würde sich opfern für seine Freunde. Dann haben die Propheten ihm am Leben gelassen. Also, ne, so in spiritueller Hinsicht hat er dann quasi die sogar gerettet. Alle drei, die da sitzen, inklusive Shakar. Und dann ist das für ihn jetzt so ein Ding. Da sagt er, guck mal, ich hätte sogar mein Leben hergegeben. Ich habe nur einen Arm verloren. Ich finde, die Propheten waren doch großzügig. So eine Erinnerung für ihn, ne, an das, was er da erlebt hat. Und das wäre undankbar und arreliös, wenn ich den Arm jetzt ersetzen würde. So, stell das da, ne. Und ja, diese Stimmung da, die ist gelöst. Also, man lacht viel, aber man hat echt Shit miteinander durchgemacht, ne. Ja, das ist mal so ein bisschen wechselhaft. Es wird auch immer so ein bisschen intensiver, intens einfach, wenn die miteinander reden. Es ist nicht so, wobei, Sebastian, wenn wir uns sehen, da wird es ja auch manchmal intens. Das ist richtig. Dann wird es richtig intens. Ja, dieses Wochenende hatten wir ein anderes Ziel. Aber wenn wir uns mal wieder so ziellos treffen, dann wird es wieder intens, glaube ich. Aber ich finde es durchwachsen hier, Simon. Ich finde Pharrell und Lupasa, finde ich super, weil die kaufe ich komplett ab als diese bärbeißigen und bärinnenbeißigen Typen, die da in der Resistance waren und einen erzählen. Aber die sonst so vortreffliche Nah-Visiter, die könnte da, glaube ich, auch wunderbar mitmachen. Nur die sagt keine zwei Worte, gefühlt. Das ist richtig. Ich würde sogar ein Stück weiter gehen und würde den ja von mir hochgelobten William Lucking auch noch mit dazu packen. Ich finde ihn tatsächlich auch ein bisschen drüber. Chakar finde ich ein bisschen langweilig. Also ich kann irgendwie nicht so dieses Charisma sehen, dieses Anführer-Charisma, was er hatte. Den Lucking finde ich ein bisschen drüber. Kira erstaunlich zurückhaltend, bis es dann losgeht. Da müssen wir auch noch drüber reden, über ihre Motive eigentlich, die da jetzt. Und Lupasa? Ja, Lupasa finde ich eigentlich noch am besten so von allen. Die finde ich noch irgendwie am glaubwürdigsten. Du findest noch so freundliche Worte für den Duncan Regehr als Chakar. Für mich ist das der, kennt ihr Spaceballs? Für mich ist das der Prinz Valium von Deep Space Nine. Immer wenn ich den sehe, denke ich, wo ist dieser, Spoiler, Prime Minister, dieser Kriegsheld, dieser Chef von der Widerstandszelle? Ich spüre das bei dem überhaupt nicht. Der ist immer so ganz unaufgeregt. Und das Charisma ist nicht, farblos finde ich den. Der macht mir als Charakter einfach keine Freude. Und dann ist die Folge auch noch nach dem benannt. Wirkt eher wie so ein Bürokrat. Ja, weißt du? Wie so ein Willi Tenner, aber ohne dieses Geile, was Willi Tenner hat. Was Willi Tenner unvergleichlich geil macht. Dieses, ah, Alf! Ja, und so, nein, Alf! Er ist wie ein Willi Tenner ohne jedes Adrenalin, ohne jeden Antrieb, ohne... Und auch nicht mit so einem geilen Gesicht. Willi Tenner hat ein geiles Gesicht, also Max Wright hat ein geiles Gesicht, ja? Willi Tenner hat eins der geilsten Gesichter, ne? Und den seht ihr auch öfter mal in Bonn, wenn ihr da mit der U-Bahn fahrt. Ja. Wir haben Willi Tenner da gesehen. Aber Duncan Rege ist wie so ein Langeweile-Zentrum irgendwie. Ich finde auch, ja. Ich meine, er hat auch nicht viel irgendwie, mit dem er arbeiten kann. Also auch die ganze Geschichte, die sich jetzt so entwickelt, ich finde die ein bisschen Hanebüchen. Aber das ist, so weit sind wir noch nicht. Also wenn sie jetzt eine coole Geschichte erzählt hätten und dass wir ihn mal so ein bisschen kennenlernen mehr, ja, als nur eben diese Geschichten. Ja gut, der war irgendwie wichtig. Und da, so ein William Lucking hatte einfach mehr. Der erzählt, guck mal, der William Lucking hat schon diese Geschichte erzählt mit seinem Arm. Schon weiß ich mehr über den. Ja. Und verstehe, was er für eine Motivation hat. Und ich verstehe dann auch bei ihm eher, warum er so reagiert, wie er reagiert. Ja. Ja, ja. Ja, 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 genau. Wo ist der Anführer da? Du hast ihn drüber genannt, den Pharrell, aber er ist irgendwie dreidimensional. Er ist dreidimensional, ja. Ich finde ihn insgesamt ein bisschen drüber. So ein bisschen gesamt so, wie du hast ihn genannt, den Kneipentypen irgendwie. Aber gut, so sind die halt. Und jetzt necken die sich auch so, sticheln sich so, bei dir wächst ja nichts, bei dir auch nichts. Da frage ich mich auch, warum? Die mögen sich ja anscheinend. Warum sitzen die auf drei Farmen, 15 Kilometer auseinander, jeder für sich alleine? Warum tun die sich nicht zusammen und machen so einen geilen Bauernhof? So eine WG meinst du? Ja. Oder haben vielleicht so zwei Bauernhäuser nebeneinander und kochen Kohlsuppe und furzen, bis die Außerirdischen kommen. Genau. Ja, weiß ich auch nicht. Vielleicht sind das dann doch sehr privat. Also der William Lucking, der schießt vielleicht ab und zu mal einfach so um sich und weiß ich nicht deswegen. Ja, die wollen jeder ihr eigenes Leben so führen. Merkwürdig ist das, die Atmosphäre, die wir da, in der wir uns da aufhalten. Ich kann das nicht ganz greifen. Ich kann das auch nicht ganz, also dass sie sich so gegenseitig hops nehmen, gut, das machen alte Kriegskameraden halt. Ne, das ist halt einfach so, das ist ja auch so eine Art, damit umzugehen, ne, und da auch klarzukommen so. Und dann entwickelst du so dieses Ding. Manche haben das halt mehr, manche haben weniger. Das finde ich eigentlich noch ganz gut. Also dieses gegenseitige Necken, das kann man schon machen. Mhm. Ja. Also sie haben wenig Zeit, dass das irgendwie lebendig wird, was wir da sehen. Nun denn. Als es dann aber heißt, dass die Kira da die Dinger zurückbringen soll, dann sagt Lupasa auch, da kannst du den Keimer fein ausrichten oder wem auch immer. Die Antwort ist nein, wir brauchen das. Und es schwingt auch schon das Versprechen von Gewalt oder von erneutem Widerstand da drin. Weil man merkt, die haben dieses, die beiden, Lupasa und Pharrell, haben diese Art von Leben noch nicht hinter sich gelassen. Würden eigentlich morgen direkt wieder anfangen, gegen irgendeinen Feind genauso ins Feld zu ziehen wie gegen die Cardassianer. Und dann ist das halt, um die Reclamators da zu behalten. Und die Kira merkt das auch und guckt schon nachdenklich in ihre Suppe. Das sind halt so Alt-RFler oder so. Die können halt nicht aufhören zu kämpfen. Würden am liebsten sofort wieder loslegen. Und Chakar ist wahrscheinlich deswegen auch. Chakar wirkt so wie der in sich ruhendste und wahrscheinlich auch derjenige, der am meisten so in die Zukunft gerichtet ist und sagt, wir müssen uns verändern. Wir können nicht immer nur kämpfen. Wir haben das gemacht und jetzt ist der Feind weg. Und jetzt müssen wir uns einen. Jetzt müssen wir zusammenarbeiten alle. Aber auch er ist ja derjenige, der hier nichts dazu beiträgt, dass das dann auch in diese Richtung geht am Anfang. Ja, in der Tat. Deswegen passt das schon wieder auch nicht so richtig. Wenn der Pharrell derjenige wäre, der gesagt hat, ich gebe meinen Scheiß, die können sich mal wie Feinherrschaften, die können sich mal gerne haben. Ich behalte ja meinen Bodenaufbereiter. Würde ich ihm das eher abnehmen als dem Chakar. Aber der sagt einfach nur, wir behalten sie. Ohne jegliche Dringlichkeit oder Überzeugung oder Wucht oder was auch immer. Kira sagt, das wird dann aber weitergehen, diese Sache hier. Also du kannst ja hundertmal sagen, dass sie behalten willst. Diese Geschichte, die wird nicht einfach aus der Welt geschafft. Sind wir jetzt eigentlich schon am nächsten Tag? Ja. Wo die beiden anderen schon wieder zu Hause sind und Kira und Chakar unterhalten sich noch so ein bisschen darüber? Wahrscheinlich, ne? Genau, da sind wir jetzt. Da sagt er nämlich auch nochmal, wie ungerecht das war. Das ist fast die längste Rede, die er hält, wo er ein wenig Exposition hier uns bringt, indem er erzählt, wie kam das denn? Ja, die haben uns die Aufbereitungsdinger gegeben, haben wir ewig lang drauf gewartet und dann sollten wir die ein Jahr kriegen. Aber acht Wochen später haben sie gesagt, wir würden die jetzt schon wieder wegnehmen und so geht das nicht. So geht das nicht. Wir behalten die jetzt. Wir behalten die jetzt. Das ist nur fair. Ja. Und ja, Simon, das ist nicht so nett, ihm das wieder wegnehmen zu wollen, nach zwei Monaten schon, nachdem er da so lange drauf gewartet hat. Aber so als Stakes in der Folge, ja, finde ich das irgendwie unterwältigend, dass es da um so nicht zurückgegebene Traktoren geht jetzt hier oder irgendwas. Da denke ich, es klingt auch eigentlich wie ein Problem, das man relativ leicht lösen kann. Ich finde auch hier Kai Winn tatsächlich, die besteht ja darauf, dass die das zurückgeben und so. Ich meine, letzte Woche vor zwei Folgen ging es auch nur darum, dass die Mugi da was zurückgeben soll. Und das ist ja auch nichts Weltbewegendes gewesen. Aber Simon, ich habe da Stakes gespürt. Da stand was auf dem Spiel. Und hier ja diese Teile da. Obwohl es hier ja um eine ganze Ernte geht, macht mich die Episode es nicht fühlen. Ja, dieses Menschliche fehlt da, dieses Emotionale, was wir bei Mugi hatten, was ja im Grunde eine Geschichte war, eine Beziehungsgeschichte zwischen zwei Charakteren. Das Element wird ja hier auch noch irgendwann mal kommen, aber nicht jetzt und nicht in dieser Folge. Und jetzt ist es halt, ist es auch so, wenn du vielleicht eine Parallele siehst zu Malibok. Das war so eine ähnliche Geschichte. Malibok muss da weg von diesem Mond for the greater good. Aber bei Malibok war es halt einfach dieser alte Mann, der da oben war und dickköpfig ist und schlimme Sachen erlebt hat und der sich nicht schon wieder vertreiben lassen will. Und da konnte man irgendwie zu connecten, zu dem. Und hier ist es halt einfach, naja, die wollen halt ihr Feld bewässern oder entgiften oder was auch immer, damit die da Gemüse anbauen können. Aber gut, könnten sie vielleicht, also ist das jetzt so lebenswichtig, war die Farm im Familienbesitz schon lange oder so? Nee, offensichtlich nicht, weil die waren ja keine Farmer. Also das ist so, du hast schon recht, das ist schwer, da so emotional eine Bindung aufzubauen. Man versteht das intellektuell, die wollen sich das nicht gefallen lassen, die haben was versprochen bekommen. Aber es ist halt, diese emotionale Bindung dazu fehlt. Ja, es ist einfach relativ abstrakt einfach nur. Genau. Und dann kommt auch noch hinzu, toll, dass du Malibok erwähnst, Simon, da hast du mir gerade die Augen echt mit geöffnet. Dann kommt auch noch hinzu, beim Malibok hattest du Brian fucking Keith als diesen alten. Ja, Charakter. Und hier hast du Duncan Regea als Prinz Valium, weißt du? Und es will nicht so richtig von der Stelle kommen. Und bei Brian Keith denkst du sofort, ja geil, da geht der Wille von diesem starren Alten, ja. Da haben wir schon wieder dieses Louis de Finesse Ding auch irgendwie, ja, da drin. Und jetzt, ja, das ist alles so ein bisschen so, auf Sparflamme kocht das noch hier, ne. Kira versucht ihn ja durch die Argumente zu überzeugen, ne. Also sie reden da drüber, der Karlem hat uns das versprochen, jetzt ist er halt tot. Die Winn will das Zeug zurückhaben. Ja, aber denk doch mal an dieses Rakanta-Projekt da und das würde doch Bayer weiterbringen und helfen. Und da würden die Leute uns gut finden da draußen. Er sagt mir, scheißegal, wie die Leute uns finden. Mir geht es jetzt erstmal darum, dass es unseren eigenen Leuten jetzt gut geht. Dass wir denen helfen und nicht um irgendwelche politischen Absichten da oben. Und hier sagt Kira ja auch, Mensch, vielleicht finden wir einen Kompromiss. Ich könnte die Kaya mal versuchen zu überreden, dass sie mit dir quatscht. Und vielleicht können wir da irgendwas aushandeln. Ich bin mir sicher, dass das geht. Also ich, Simon, bin mir sicher, dass man einen Kompromiss finden würde. Und da sagt ja Kaya auch, na gut, ich mach das aber nur für dich, Baby. Ja, genau, das sagt er. Hat da ein bisschen die Föderation und ihre Werte auf Kira abgefärbt, dass sie jetzt nicht sagt, du hast recht, wir müssen damit die Dinger verteidigen. Sondern dass sie sagt, lass doch mal zusammensetzen, lass doch mal reden, gib bestimmt einen Kompromiss. Ja. Ja, ne? Das ist die erwachsenere Kira, wenn du so willst. Die jetzt später im Laufe der Folge nochmal wieder sich ein bisschen zurückgeht. Aber auch nicht so, dass ich denke, ich spüre, dass Nana Visitor das so spielt, dass sie sich hin und her gerissen fühlt. Sondern sie macht das alles so, alles macht sie in dieser Folge relativ ohne Überzeugungskraft, die sie sonst so hat. Oder? Da gibt es später auch noch eine Szene, die ganz komisch ist, an der ich auch genau das gesagt hätte. Das ist das, wo sie dann in diesem Tal sind und dann zielen. Ja, da kommen wir dann auch noch gleich drauf. Ja. Aber ja, Kira ist, ich komme so, so Kiras Motive werden mir nicht so richtig klar. Dieses, ne, also was macht sie denn da? Ist das so bewusst, dass sie jetzt versucht, naja gut, dann ist halt der Chakar. Und der wird das schon selber irgendwann einsehen, aber ich muss ihn dabei begleiten, dass er das einsieht. Die wirkt irgendwie, als wäre sie das Wochenende auf Tour gewesen und nicht auf der Höhe ihrer Kräfte. Meinst du, wie wir so gerade? Ja. Vielleicht sagen die Leute, das, was wir jetzt hier sagen, auch über uns, wenn sie die Folge hören. Was ist denn, ich verstehe überhaupt nicht, was mit den beiden jetzt, was wollen die uns da sagen? Weil die halten, die sich schon ewig an dieser einen Szene auf. Ja, ja. Und machen jetzt mal ganz schnell weiter. Ja, wir gehen mal zu Winn ins Büro. Wir gehen zu Winn ins Büro, ne. Kira kommt, pass mal auf, ich habe mit dem gesprochen, so einfach wird das nicht. Der wird gerne mit dir quatschen. Und Winn macht halt ihr Winn-Ding, ne. What a prideful and arrogant man. Kira versucht, das zu erklären. Ja, ich war da und das Wetter da und denen geht es halt echt scheiße da und da können wir mal einen Kompromiss doch machen. Kannst du mal mit dem reden? Und sie kommt halt nur mit ihrer Macht und sagt, ich weiß, was weiß er, mit wem er redet? Ich bin die erste Ministerin hier und überhaupt, also was ist der denn überhaupt für ein Arsch, ja? Was erlauben? Aber Winn sieht auch hier schon, dass sie Kira nicht so instrumentalisieren kann, wie sie es eigentlich vorhatte und sagt, ja, jetzt bist du da so auf der Seite und willst, dass wir miteinander reden, statt dass du ihm einfach die Dinger da wegnimmst. Ja, dann geh doch mal zurück, Nadias, nein. Da habe ich mich gefragt, was hat Winn von ihr erwartet? Dass sie den Shakar überredet mit ihrer legendären Überredungskunst, dass sie vielleicht sogar mit ihm in die Kiste geht und dann macht er alles, was sie will. Dass auf der einen Seite die Winn steht, die Kira hasst, was ja auch auf Gegenseitigkeit beruht und auf der anderen Seite ist der Shakar und die haben eine echte Beziehung. Und dass sie dann da hingeht und dann da mal ein paar Nächte verbringt und dass sie dann am Ende immer noch auf der Seite von Winn ist. Das hättest du erwartet? Naja, ja, ich denke schon, weil Kira hat sogar im Grunde, ist ja nichts Schlimmes passiert, auch als Winn den Beryl umgebracht hat. Wie hat denn Kira reagiert? Natürlich war Kira entsetzt und natürlich hat Kira gesagt, ich hasse dich, aber hatte das irgendeine Konsequenz für Winn? Null, gar nichts, gar nichts ist passiert, weil Winn denkt, am Ende des Tages ist Kira vernünftig genug, dass sie trotz ihrer Abneigung gegen mich nichts macht, was irgendwie Bios schädigen könnte. So, ja. Und deswegen denkt sie ja, nach dem Motto, keep your enemies closer. Ah ja, hm. Sagt sie so, okay, dann schicke ich die mal, weil die hat diese Verbindung zu Shakar und die wird schon nicht mich betrügen. Ja, die wird mich hassen für alles, was ich mache, aber sie wird immer noch an Bayor denken und deswegen macht sie das. Ich glaube, das ist so die Idee dahinter. Ja, ja. Jetzt kriegt Kira von Winn gesagt, so, also geh mal zurück zu DS9, aber ich kann auch immer noch weiter verhandeln. Nee, nee, danke, das war schon genug. Schöne Grüße an den Spencer, ja. Das wäre dann alles. Und Kira geht auch raus. Und da hätte ich auch von ihr mehr Feuer, mehr Widerworte, mehr irgendwas erwartet. Kira geht einfach nur raus und Winn guckt schrumpelig vor sich hin. Ja, gut. Die Entscheidung ist getroffen, ne? Ja. Fand Winn auch schön passiv-aggressiv, wie sie dann irgendwie so sagt. Werde ich wohl mit ihm reden müssen? Ja. Kira fährt aber nicht zum Spencer, sondern sie fährt nochmal zum Shakar. Mhm. Und versucht ihn auch nochmal zu, du musst, also wenn du mit ihr redest, du musst auch ein bisschen flexibel sein. Das ist, geh bloß nicht in diesen Kampfmodus, weil das werdet ihr nicht gewinnen, weil die hat halt, ja, die komplette Exekutive des Staates hinter sich. Und Shakar sagt, und ich versuche immer sein Temperament einzufangen, das haben die Kadassianer auch gesagt. Der ist so, ne? Der ruht so in sich selbst, ne? Was gut ist, aber nicht für Film. Ja, genau. Das ist, wir sehen hier, ein Drama entfaltet sich hier vor unserem Auge und da ist er ein bisschen zu, zu, also Prinz Valium, also je länger ich drüber nachdenke, desto eher bin ich bei dir, dass dieses Prinz Valium ist so, Kira, komm zurück. Ja. Come back. Ich finde, im Englischen finde ich es noch viel besser, weil er so eine schöne, hohe Stimme hat, ne? Prinz Valium. Come back. Ja. Da haben wir übrigens wieder, Moment. Ich hab vorhin Willy Tenner erwähnt, ne? Ja. In der vierten Staffel von ALF spielt. Prinz Valium mit. Der Darsteller von Prinz Valium, den Bruder von Willy Tenner, Neil Tenner. Vielleicht hab ich deswegen unterbewusst diese Synapsen miteinander verdingst. Naja. Jim Bullock. Ja, Jim Bullock, genau. Genau, Jim Bullock. Das sind die zwei Rollen, für die ich ihn kenne. Prinz Valium und Neil Tenner. Ja, ich muss jetzt mal ganz kurz, das interessiert mich jetzt ja doch. Der hat auch nicht so viel gemacht, Sebastian. Das ist eine eher übersichtliche Filmographie. Alf, Seinfeld. Mhm. Ein paar andere Sachen noch. Gaydar. Jim Bullock ist tatsächlich ein Langzeit-HIV-Überlebender. Ja. Ein einigen filmischer Queer Doug. Mhm. Der ist seit den 90ern oder seit den 80ern schon an HIV erkrankt und er weilt, glaube ich, immer noch unter uns. Laut Wikipedia? Ja. Ja. Ja, schön. Ja. Schön. Haben wir das mal nachgeguckt. Aber wir sollten vielleicht zurückkehren in die Handlung. Ja, genau. Also, ne, denn in dem Moment, wo er dann da diesen unvergesslichen Ausspruch tut, das haben die Kadassianer auch immer wieder gesagt, da macht's Ding-Dang an der Tür. Ja, die Bullen sind da. Die Polizei ist da. Die Polizei kommt vorbei, ja. Und will den verhaften, den Kollegen. Die will den Chakar verhaften. Guten Tag, hier, wir haben den Befehl, wir dürfen sie mitnehmen. Na ja, hm, mach ich, aber ich muss euch noch was ganz, was sagt er, ich muss noch was ganz Wichtiges machen, was ganz Wichtiges sagen oder so. Ja. Ich kündige das so an, diesen Ausbruch jetzt. Bleib mal kurz stehen, ich hau gleich in die Fresse. Hätte er auch sagen können, ja. Also, wenn ich da eine der Angehörige der Militärpolizei wäre, ich wäre vorsichtiger gewesen. Die sind schon, also Wahnsinn, dass sie sich jetzt hier von diesem komplett phlegmatischen Typen umhauen lassen, ja. Also da. Da hat er Energie gespart für diesen Moment so, für diesen Schlag hat er Energie gespart. Womöglich, ja. Wie bei Final Fantasy, ging so eine Leiste in ihm. Ja, genau. Und ein riesiges Monster entsteht. Irgendwie trifft hier Inkompetenz auf Stümperei. Aber Kira sieht das und macht sofort mit. Zack, zack, werden die beiden Herrschaften da ausgeschaltet. Und dann, wir müssen weg. Da kommen gleich noch viel mehr. Ja, dann läuft man weg. Dann läuft man weg. Naja, Chakar sagt ja, pass mal auf, bist du sicher, dass du mitkommst? Das kann man hier vielleicht noch erklären alles. Bist so ein bisschen, das überreagiert vielleicht, ja. Alte Instinkte, kann man alles erklären, werden sie dir glauben. Und Kira sagt, nee, ich komme jetzt mit dir mit. Mir steht es nämlich bis hier mit der Alten, sagt sie. Und jetzt hat es, weiß ich nicht, jetzt gibt es irgendwas. Jetzt setzt es was. Jetzt setzt es was. Genau, ich wurde das letzte Mal angelogen von ihr. Und jetzt schalten wir in die Höhlen, wo man so, aus so Paletten holt man jetzt die Waffen raus. Pharrell und Lupasa sind auch wieder da, Chakar, Kira, die sind da am Räumen jetzt. Und wir erfahren, dass die jetzt natürlich gesucht werden, wie die Flüchtigen, die sie sind. Und es kommen immer mehr Polizeitruppen da jetzt so rein und suchen die. Und haben auch Scanner angeschleppt, um die zu finden und auch um diese Wiederaufbereitungsmopeds zu finden. Und was machen wir jetzt weiter? Naja, wir flüchten in die Berge, ne, zur Cola Mountain Stronghold, um uns da zu verschanzen. Ja, dann werden wir schon irgendwie mal weitersehen. Es gibt nicht so wirklich einen Plan, sondern so, naja, wir müssen jetzt erstmal da hin und irgendwie abhauen. Chakar sagt doch irgendwie was, diese Aufbereiter, die werden die nicht finden. Und ich denke mir, wieso nicht? Hat er die in Luft aufgelöst? Sie haben doch da diese Störer, die Sensorenstörer, wo wir auch gleich einen in Aktion sehen. Das heißt, mit so einem Sensorenstörer siehst du, kannst du nie wieder was finden. Ja, die sind praktisch, ne? Man sollte viel mehr davon in Star Trek haben. Jaja, das ist nicht so. Also, das, na, die Karassianer, wir gehen jetzt in die Berge, die Karassianer haben uns da zehn Jahre gejagt, konnten uns immer erfolgreich verstecken. Und Kira sagt aber auch, denk mal dran, die, vor denen wir uns verstecken, sind die, die sich in den Bergen versteckt haben. Weil die waren doch auch im Widerstand. Also für die ist das vielleicht ein bisschen einfacher, uns zu finden. Ja, aber die wollen auch nicht uns, also wir sind ja Bajoraner gegen Bajoraner, das wird ja so nicht passieren. Ja. Wollen wir mal sehen. Aber man ist so guter Dinge, ne? Simon, wir sind ja in Höhlen, aber wir sind nicht in den Höhlen. Ne, sind wir nicht, wir sind in echten Höhlen, ist es kaum zu glauben. Normalerweise wäre das Ganze ja im Studio in der berühmt-berüchtigten Star Trek-Höhle gedreht worden, ja. Aber man war sowieso draußen im Bronson Canyon, wo auch sonst. Und das Wetter war tatsächlich in einigen Tagen viel zu schlecht zum Filmen. Also ging man kurzerhand in die dortigen Höhlen, um wenigstens den Tag nicht zu verkacken, um irgendwas brauchbares vor Ort filmen zu können, was eben diese eine kurze Szene hier war. Naja, das hat auch tatsächlich den Jonathan West vor Herausforderungen gestellt, das schlechte Wetter. Denn die mussten die Schokar-Hütte für so Abendszenen dann nochmal im Studio nachbauen. Das konnte man nicht vor Ort drehen. Und die Zeit war einfach knapp draußen. Das Wetter war viel zu selten mal so, dass man die Kamera anschalten konnte. Und Jonathan West hatte de facto einen Drehtag weniger für das ganze Ding. Interessant. Da lacht er sich an. Sorry. So wie ich interessant gerade gesagt habe, klingt das wie so, ja, erzähl du mal weiter. So warst du mir nicht gemeint. Ich merke echt, ich merke auch echt langsam, wie ich hier dramatisch abbaue. Wir müssen mal ein bisschen Tempo machen jetzt. Wir reden viel zu lange über diese völlig beknackte Episode. Ja. Kai Winn ruft unterdessen bei den Sisko zu sich. Die hat ja jetzt ein Problem. Da gibt es Aufständige und offensichtlich, Sebastian, ist es auch so, dass dieser Aufstand zu inspirieren scheint. Es gibt auch in anderen Provinzen Leute, die sich erheben. Aber kein Wunder, weil die Kai, die reagiert ja auch total über. Ja, die ruft ja das Militär rein und eskaliert das Ganze so, um den Schokar zu finden. Wie alle in dieser Folge sagen, außer Louis Fletcher, sie nennt ihn Schekar. Und das hat mich auch genauso amüsiert wie dich jetzt gerade. Schekar. Schekar. Das finde ich tatsächlich sehr cool. Und naja, jetzt heißt es, das steckt so an die anderen Provinzen. Und wir hören auch, es sind mehrere Wochen ins Land gezogen. Das spüre ich nicht so. Aber die Kira scheint da wirklich monatelang da unten zu sein. Und die scheinen sich immer wieder zu verstecken und die Polizei hinterher. Und dann finden die die nicht. Und dann wächst da die Unterstützung für Schokar und seine Leute überall auf Bajor. Überall auf Bajor. Nein. Ich meine, der versteckt sich ja nur in den Bergen. Ja. Und ich sehe das nicht und ich spüre das nicht und die Folge bringt das nicht rüber, dass da so ein Volksaufstand wächst. Für mich sind das vier Leute, die durch die Berge rennen. Ja, und so zehn hinterher noch. Ja. Zehn andere Bajorane. Ja, es ist so, die Geschichte ist irgendwie total groß, aber wurde nicht so richtig aufgebaut zu so einer großen Geschichte. Und ich glaube, deswegen finden wir das schwierig. Weil wir, ich glaube, wir beide haben das gleiche Problem, Sebastian. Das macht mit uns gar nichts, was da gerade passiert. Also was da auf dem Spiel steht. Du hast es ganz am Anfang gesagt in unserer Besprechung. Was da auf dem Spiel steht, für uns steht da irgendwie zu wenig auf dem Spiel. Ja, ich meine, es geht ja schon darum, dass die Wind nicht die komplette Macht haben soll. Ja, aber das hat man mit dem Minister Jarrod schon mal gemacht, so eine Geschichte. Und die war wesentlich besser. Oh ja. Das war, da war irgendwie, da hat es gebritzelt in der Luft elektrisch. Da ging es rund. Ja. Da ging es rund. Oha. Zum Wohl, Simon. Aber das sei dir auch gegönnt für das letzte Viertel dieser Folge hier. Danke. Emissary, sagt sie, das bringt hier meine Leute auseinander, was hier passiert. Dann zieh die Leute doch zurück. Und sie will jetzt die Hand des Spencer dazu bringen, dass er die Macht der Föderation einsetzt, um ihr zu helfen, um den Schakar ans Messer zu liefern und um die Dinger da rauszuholen. Und da sagt er auch, nö. 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 Sagt er und dann nein. So, machen wir nicht. Ach, sagt die Kai Windern. So ist das also. So ist das also. Wenn wir also um Hilfe bitten, dann machst du dicht. Ja. Das kann ja was werden in der Föderation. Und deswegen setzt du das Ganze ja auch aufs Spiel. Wenn du uns nicht hilfst, werde ich den Antrag zurückziehen von Bayer, Föderationsmitglied zu sein. Ja, und da sagt Cisco halt, das, was wir alle denken, das ist jetzt vielleicht ein bisschen überreagiert, ne. Soll ja um Bayer gehen. Sie, nein. Es geht um die Zukunft. Sie will diese Reklamatoren haben. Es geht um die Zukunft. Und übrigens, wenn jeder hier macht, was er will, dann gibt es Anarchie und Chaos. Und dann gibt es noch eine Stufe höher. Es ist ein Test, Sebastian. Sag ich. Also sie sagt. Es ist ein Test, Cisco. Ein Test der Propheten. Ich werde Shakar stoppen. Ich glaube, was wir hier sehen, ist ein Plan der Win, der irgendwie nach zehn Minuten schon gescheitert ist. Aber sie kann es sich nicht eingestehen. Und sie will es sich nicht eingestehen. Und sie will trotzdem an dem Plan festhalten. Und deswegen eskaliert die das jetzt ins total Unverhältnismäßige und findet da nicht mehr raus. Sie ist eine der schlechtesten Führungskräfte bei Star Trek, die ich je gesehen habe. Ja. Ja, und total egoistisch. Aber auch wenn da mal was schief geht, macht sie es ja noch schlimmer. Ja. Sie schafft es sich ja immer, das Ganze immer schlimmer zu machen. Eben, weil sie sich nicht eingestehen kann, dass sie scheitert. Wir sind jetzt in den Bergen. Und da habe ich gedacht, Hochmann ist auf einmal zu vielen. Das kam jetzt abrupt. Ja, also ein paar dazu, ne? So ein paar Extras laufen da durch die Gegend. Die lernen wir aber alle nicht mehr kennen. Spielt sich tatsächlich bei einer bekannten Gruppe schon so ab. Ja, man verschanzt sich jetzt so ein bisschen in so unwegsamem Gelände. Und wir sehen auch, wie sie verfolgt werden von so einem Trupp Soldaten. Aber dann gibt es so eine Szene, Sebastian, da sehen wir ja dieses, du hast es schon vorhin gesagt, diese Scrambler irgendwie, die das Signal dann verfälschen. Und Kira braucht, she takes her sweet ass time, um so ein Ding mal zu aktivieren. Schafft es dann aber. Und die Jungs, die da hinterher kommen, die werden erst mal ein bisschen abgelenkt. Die latschen erst mal in eine andere Richtung weiter. Was ich aber cool daran fand, Simon, war, dass die Leute, die da ankommen, die gehen über so einen Hügelkamm oder Bergkamm, weiß nicht, wie man das nennen will. Und das ist richtig von weit weg gefilmt. Und da habe ich gedacht, das ist untypisch, total untypisch für Star Trek, Leute aus so großer Entfernung zu filmen. Stimmt, ja. Und da habe ich gedacht, ja, irgendwie ein bisschen kinohaft. Also der Jonathan West hat sich in manchen Szenen, in manchen Einstellungen echt was vorgenommen. Und das hat, das war jetzt nicht Lawrence von Arabien, was wir hier sehen. Aber es hat mich positiv überrascht, dass er hier so ein bisschen, ja, so eine andere Größenordnung mal reingebracht hat in das, was er filmt. Ist so eine Western-mäßig, ne? Also da kommt dieses Western da mit rein, das ist so typische Western-Einstellung, ne? Man verschanzt sich in den Hügeln und oben kommen da auch so Bürgerkriegsfilme, ne? Das ist so dieses typische Ding. Und irgendwie, Sebastian, was Kira hier macht, ist von Nostalgie getrieben. Alles, was die da so machen, ist von Nostalgie getrieben, habe ich so den Eindruck, ne? Die können jetzt nochmal Widerstand spielen. Für eine Sache, für die es sich mit Sicherheit nicht lohnt, dass es darüber Tote gibt. Sind sie deswegen so nicht ehrgeizig und verbissen bei der Sache, sondern eher so versonnen und so langsam? Vielleicht ja. Vielleicht ist es dieses Unbewusste. Guck mal, so war das damals. Und da fühlen wir uns eigentlich zu Hause. Nicht als Farmer mit den scheiß Dingern da, weißt du, und dann ist ständig was kaputt und du musst zu Toshi Station. Nein. Aber warum, Simon, inszeniert man uns das dann nicht als so einen echten Konflikt, der in Kira ausgetragen werden muss, sondern eher wie so ein Traum in Zeitlupe, den wir hier sehen. Keine Ahnung. Ich finde, es ist so Nostalgie getrinkt, aber nicht auf eine gute Art, weißt du? Ja. Also halbherzig ist auch so das richtige Wort, glaube ich. Also genauso unbeteiligt, wie der Chakar wirkt, an dem, was so um ihn herum passiert einfach, genauso sind die ja auch. Was machen wir denn als nächstes? Naja, Retoscha-Pass irgendwie. Und das ist aber nicht so gut. Das ist ja noch unwegsamer. Außer wir nicht mehr rennen. Ich will nicht mehr rennen. Sagt Lucking da. Ich will nicht mehr rennen. Du sagst, du machst ihn echt gut nach. Dieses gurgelnd, bärbeißige, toll. Und dann schlägt Kira vor, dann lass uns doch in den Tanya Canyon gehen. Ja, da kommt man aber nicht raus aus dem Tanya Canyon. Ist doch egal. Dann stellen wir die da. Du siehst, dass du wie Tanya Canyon nennst. Der heißt Tannis. Aber ja, dann ist es jetzt der Tanya Canyon. Der Canyon. Der Tanya Canyon. So, und jetzt liegt man da oben und aus irgendeinem Grund sind die anderen so merkwürdig drauf, dass die da unten reinlaufen. In diesen Box Canyon, Simon. In den Box Canyon, wo der Thinny ist. Kannst du dich noch an den Box Canyon mit dem Thinny erinnern? Nee. Wo war das nochmal? In The Dark Tower 4, Wizard and Glass. Ach Gott. Und dann werden die in diesen Box Canyon mit diesem fürchterlichen Thinny reingeleitet. Thinny. Und das ist nicht gut, das ist nicht gesund, wenn man da reinleitet. Das ist richtig, ja. Stimmt, stimmt. Lange her ist das gelesen. Dünnstelle hieß das, glaube ich, auch im Deutschen, ne? Eine Dünnstelle, weiß ich nicht, hab nie auf Deutsch gelesen. Kann ich dir nicht sagen. Okay. Ja, und dann ist man da oben, sieht, wie die da reinlaufen, in die Falle, die Soldaten, aber Kira erkennt da den Chef. Ich hoffe, ich habe mir den Namen richtig notiert, wenn nicht, wirst du mich sicherlich gleich freudig korrigieren. Diese passive Aggressivität, aber ja. Und dass das gut macht. Linares Holum steht da unten. Linares, ja. So, Linares. Linares, Linares. Ach nein. Linares, Linares, steht da unten. Den Kelch von früher. Das ist ja auch im Widerstand alles gewesen. Wir sind doch hier eigentlich alles Kumpels. Ja, na, dann los. Wir müssen die beim ersten Mal aus den Schochen zimmern, ja? Selten war es passender. Oder? Selten war es passender, genau, ja. Und dann machen sie die Waffen hoch und sagen, ne, doch nicht. Diese Szene bemüht sich überhaupt noch nicht mal darum, in irgendeiner Weise dramatisch zu sein und in irgendeiner Weise einen Konflikt zu zeigen in diesen beiden Charakteren. Es ist tatsächlich so, die spielen das. Das ist ein Spiel. Und selbst in einem Spiel wäre man wahrscheinlich engagierter bei der Sache. Die nehmen die Waffe hoch und wissen beide, wir werden niemals schießen. Was ist das hier überhaupt? Wir werden niemals schießen. Und dann ist damit die Sache für Kira und Chaka erledigt. Sie gehen den Berg runter, Hände oben. Der Linares ist auch, der ist auch nicht in Kampflaune. Also es ist unglaublich, wie, weißt du, wie in diesem dramatischen Finale eigentlich alle so, ne, ne, aber es geht schon in Ordnung. Und er sagt dann auch so, ach so, ne, schieß mal nicht. Irgendeiner schießt dann doch noch. Und er sagt, äh, halt, stopp. Ja, sagt er. Ja, das kann man, das muss man natürlich bringen. Das kannst du dir nicht entgehen lassen, so diese Szene. Das gibt es ja auch immer. Ja, und die sagen dann auch, das bringt ja hier alles überhaupt nichts. Und er ist noch ein bisschen so auf der Hut, der Linares, aber kommt dann auch schnell und sagt, ich habe keine Lust zu kämpfen hier. Was machen wir überhaupt hier? Was ist das für ein irreer Scheiß? Der ist auch eher so ein Sitcom-Nachbar. Richtig. Als so ein, als so ein General, ne? Genau, ja, ja, ja. Wer, 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 ja. So ein Familienvatter. Und dann sagt er, gut, was machen wir jetzt als nächstes? Hm, müssen wir mal überlegen. Harter Cut in das Büro der Kai. Und da klingelt es an der Türe. Kommt rein. Bringt Glück herein. Bringt Glück herein. Und die beiden kommen, äh, also Kira kommt, Shaka kommt und der Linares. Die sind alle am Start und die Kai, die interpretiert das jetzt erstmal ein bisschen falsch. Die sagt voll so ein Bond-Bösewicht-Satz. Wie nett von dir. Du hast mir Geschenke gebracht. Ja. Ne, sind ja keine Geschenke. Die sind auch nicht meine Gefangenen. Hä? Was, was, was geht hier, was ist hier denn los? Was geht hier vor? Was geht hier vor, ja. So. Seltsam Humor, ne? Haben sie ja alle hier. Ja. Ja, was geht da vor, Simon? Ja, wissen Sie was, sagt der Shaka, ich werde mich zur Wahl aufstellen. Dann hätte ich gern so einen Zoom gehabt auf Kai Winn. Ja. Das hätte, das hätte Leben in die Folge geblasen. Hätte es, ja. Ist auch kein Witz. Und Linares sagt, ich werde ihn auch unterstützen. Und sagt, ist das jetzt hier ein Putsch oder was? Ja, im Grunde ist es das. Nur ein bisschen versteckt, weil es wird eine freie Wahl geben, aber kein Mensch wird dich wählen. Liebe Kai, das ist klar, wenn wir hier diesen Helden aus der Resistance aufstellen, der hat auch noch die Power der Armee hinter sich. Also, ne, die, die finden das auch gut. Denn wir müssen dich verhindern. Du kannst gern Kai bleiben, die spirituelle Anführerin, aber du wirst nicht auch noch die politischen Geschicke leiten. Das geht nicht. Und wenn ich du wäre, würde ich packen. Und eine Sache an dieser Szene hat mir gezeigt, dass Star Trek wirklich eine Utopie darstellt. Weil sie sagt zu Winn, wenn du doch dich an der Wahl beteiligen willst, dann mach das doch. Dann machen wir aber deinen Versuch hier, deinen Putschversuch, deinen Sturm des Kapitols Versuch machen wir öffentlich. Ja, und dann wählt dich ja keiner mehr. Und da habe ich gedacht, geil, wir wohnen bei, in Star Trek sind wir in einer Realität, wo jemand den Sturm auf das Kapitol machen kann. Und wenn du das den Leuten erklärst, dann sagen die Leute, ach so, ja, dann ist die ja unwählbar. Und ich dachte, ich wünsche mir, also das war vielleicht eine unschuldige Zeit. Das ist wirklich die Utopie. Und da blieb mir auch vieles im Hals stecken, als ich das so hörte. Du bist in Star Trek unwählbar, wenn du sowas machst. Wäre es doch allein in der echten Welt so. Zumindest auf Bayon. Aber ja, da musst du dich auch dran denken. Es ist vielen Leuten einfach, darum geht es überhaupt nicht. So ist das. Vielen Leuten ist das scheißegal. Nun, and on that funny note, ja. Ja. Naja, das Ding läuft halt. Die guckt dann ein bisschen böse, die Kai weiß, aber sie hat verloren. Wir sehen Kira dann wieder oben in ihrem Quartier auf Deep Space Nine. Und der Sisko kommt rein und sagt, ach, guck mal. Schön, dass du, also schön. Wie läuft es denn so? Ja, also die Kai, die versucht jetzt gerade einen glimpflichen, eleganten Abgang zu machen. Die unterstützt sogar schon Kira, weil sie weiß, das tut er jetzt gerade mal gut, so politisch. Und ich glaube, das war es. Ich bin froh, wieder hier zu sein. Ja, schön, dass du wieder da bist. Ohne geht er. Und dann macht sie noch so, das ewige Licht bläst sie noch aus. Was für den Barall brannte noch, für diese Gebetskerze. In so einem Zeichen, dass er jetzt für sie, dass es jetzt okay ist und dass sie jetzt Abschied genommen hat. Und Simon soll uns das sagen, das ist, weil jetzt der Shakar da ist. Und deswegen mit seinem wahnsinnigen Charisma hat er jetzt dafür gesorgt, dass jetzt der Barall endgültig beerdigt ist oder was? Also es gibt so ein, zwei Momente in der Episode, wo man denkt, okay, die finden sich irgendwie gut. Oder anders, der Shakar findet die Kira gut. Und irgendwie sagt, ich habe dich vermisst und auch dein Haar und war schön, dich wieder, insbesondere dich wieder zu sehen und so. Aber hätte ich nicht gewusst, dass diese Storyline natürlich weitergeht und das Shakar durchaus ein Love Interest wird von Kira, hätte ich das nicht gesehen anhand dieser Folge. Hätte ich auch nicht daran gedacht, ich hätte das eher so interpretiert. Sie hat der Kai einen eingeschenkt, hat sich gerecht, hat diesen Plan vereitelt, dass sie da unten so eine Art Alleinherrscherin wird. Und in gewisser Weise hat sie damit zumindest ein wenig Baralls Tod gerecht. So und deswegen kann sie loslassen. So würde ich die Szene verstehen. Nun denn, die Trauer ist vorbei. Einen Satz möchte ich noch sagen, was ich total schön finde, ist, dass der Sisko da kein Ding draus macht. Also PK hätte vielleicht wieder gesagt, Mr. Worf, sie können doch nicht einfach hier da unten so ein Theater machen. Ihm so ein bisschen was eingeschenkt und dann hinterher gesagt, Mr. Worf, schön, dass sie wieder da sind. Sisko ignoriert das einfach. Ich meine, Kira trägt ja auch eine andere Uniform. Ja, aber ich glaube, er findet das auch gut. Ja, weil was die beiden eint, ist, dass diese Kai Win unbedingt gebremst werden muss. Die muss unbedingt, der müssen alle Steine in den Weg gelegt werden, weil die nicht gut ist, sowohl für die Beziehung von Bayo zur Föderation, als auch für die Bayorane natürlich. Ja, damit sind wir am Ende einer Folge, zu der ich sagen kann, das ist ja mal eine besondere Folge irgendwie. Wir haben eine B-Handlung, die belangloser kaum sein könnte und wir haben eine A-Handlung, die geht so los, dass man denkt, oh, jetzt kommt so ein Kai Winding, wo es bretzelt und wo es Gemeinheiten hagelt und wo die Louise Fletcher mal wieder alles geben darf. Das ist aber nur so die erste Szene mit ihr. Danach ist etwas die Luft raus. Danach geht man auf den Planeten, also auf Bayor und erzählt uns eine Geschichte, die so vor sich hin dümpelt, die keinerlei Spannung aufkommen lassen will, wo auch der titelgebende Charakter einfach nur so farblos so vor sich hin, der ist auch kein Anführer-Typ, ja, so dümpelt und genauso dümpelt auch die Folge dann vor sich her aus einer Möglichkeit, einen politischen Thriller zu machen. Das wird so halbherzig dann abgebrochen für so acht Minuten Western. Der Western kommt aber genauso wenig in die Gänge und konkurriert mit dieser Politgeschichte, dass man auch nicht weiß, was willst du von mir diese Woche, Deep Space Nine? Und dann endet das Ganze, hat eigentlich eine große Geschichte erzählt, aber die Episode, die Inszenierung, das Schauspiel, der Verlauf der Geschichte hat alles gegeben, dass es sich nicht groß anfühlt, sondern eher öde und klein. Und normalerweise bin ich ein Freund von bajoranischen Polit-Episoden, weil die echt immer knackig sind, aber hier war nichts Knackiges dran. Und dann schmiert da auch noch der Paul Bayer-Jean seine Scheißmusik rein. Nee, Simon, das hat mir nicht gefallen. Ich muss den Daumen nach unten geben diese Woche. Es gibt ein kleines Glanzpünktchen für einige coole Momente mit Louis Fletcher, aber das war es dann auch. Nachvollziehbar. Das ist also belanglos, hast du vorhin gesagt. Und irgendwie ist das so das Gebot der Stunde in dieser Folge, die ja eigentlich nicht belanglos sein will. Da gibt es ja diverse Möglichkeiten drin. Also du kannst ja tatsächlich diese Traumata, die dir eint aus der Widerstandskampe, Daraus kannst du ja was draus machen, dass zum Beispiel so jemand wie der William-Lucking-Charakter, dass der halt vielleicht ausrastet, ja, und dann durchknallt und dann plötzlich anfängt, da so einen Kleinkrieg zu führen, so Colonel Kurtz-mäßig sich da verschanzt oder so, ne? Ja! Das hätte ich halt gerne gesehen. Und dass Kira so hin- und hergerissen ist wieder, so ein bisschen wie Malibok, aber dann doch anders, weil sie eine persönliche Bindung zu dem hat. Das hätte man ja aufgreifen können, ne? Jetzt bin ich persönlich da drin. Macht man nicht. Chakar ist viel zu farblos, um irgendwas in einem auszulösen. Das hat er ein bisschen mit Linalas gemein. Nur Linalas, da war ja das ja das Gimmick. Da ging es ja genau darum, weißt du? Dass Linalas diese falsche Lichtgestalt war, die er ja eigentlich gar nicht ist. Hier ist Chakar eine Lichtgestalt gewesen, ein Anführer. I don't see it, darüber haben wir geredet. Und damit macht man auch nichts, der, 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 ja, der gähnt sich durch diese Folge, wie Prinz Valium. Je länger ich drüber nachdenke, desto besser finde ich diesen Vergleich. Einfach uncharismatisch, nichts an dem fesselt mich nichts. Ja, und dann hast du halt diese Szene im Canyon. Und auch wenn man das erzählen will, dieses, was machen wir eigentlich hier? Wir wollen, wollen wir jetzt nochmal die Vergangenheit durchleben? Spielen wir uns hier was vor? Das kannst du ja auch erzählen, diese Geschichte. Aber erzähl die doch bitte nicht so langweilig und so belanglos. Jetzt sind wir in diesem Canyon, heben die Waffe. Oh, da können wir aber nicht schießen. Ja, du sagst es, komplett spannungsarm. Also komplett kein Drama drin, obwohl es hier um den drohenden Bürgerkrieg geht. Ja, also die Prämisse der Folge passt überhaupt nicht zu der Ausführung. Und ich glaube sogar, dass die Geschichte besser ist. Also die Idee dahinter ist besser. Aber die Wahl der Dramaturgie und auch die Casting-Entscheidung, also insbesondere Chakar, der wirklich müde ist hier. Und die Kuhle, die Lupezar, mit der macht man ja gar nichts mehr am Ende. Die steht ja einfach nur so da rum. Mach mal alles nicht. Jetzt ist aber nichts in der Folge, was mich auch wirklich ärgert, wo ich jetzt so denke, das ist aber schlecht. So, das ist richtig schlecht. Aber es ist belanglos. Es gibt viele verpasste Chancen. Und ich würde dir beipflichten. Also das war nichts. Was soll der, also was ist denn mit euch los? Und das für eine Louis-Fletcher-Folge. Ja, sie war mit das Beste an dieser Folge. Und dann, auch das hast du schon gesagt, ich wiederhole das einfach nur. Na, Visitor hat das auch, glaube ich, nicht so richtig gecheckt, was da jetzt los ist. Also die Kira ist auch seltsam distanziert von dem, was da um sie passiert. Und das ist alles, das ist eine Fehlzündung einfach. Diese Folge ist eine Fehlzündung. Der Daumen geht auch nach unten bei mir, ja. Ist interessant, dass Deep Space Nine, was ja eigentlich so auf allen Zylindern vorher dazu fähig ist, so einen durch die Lappen gehen zu lassen. Als ich die Folge vor ein paar Tagen drangemacht habe, habe ich gedacht, ach Mensch, Chakar. Das ist diese Bayer-Polit-Folge, da ist die Wynn auch drin. Aber irgendwie kann ich mich überhaupt nicht mehr daran erinnern. Ich freue mich richtig, was da passiert. Aber das ist irgendwie, ich denke, ich kann mich doch sonst an alle Deep Space Nine-Folgen richtig gut erinnern. Und dann habe ich sie laufen lassen. Und nach 45 Minuten habe ich gedacht, ach so, deswegen kann ich mich an nichts erinnern. Weil es so forgettable ist einfach, was mir da gezeigt wird, ja. Ich muss auch, also an William Locking konnte ich mich erinnern. Das wohl, ach er, genau, da ist er wieder. Aber Rest war auch für mich. Anyway, war wohl nichts. In einem halben Jahr ist die wieder weg von der Festplatte. Wahrscheinlich, ja. Wenn es diesen Tat nicht gäbe, wo ich es nachhören kann, beweisbar, belegbar, dass ich darüber viel nachgedacht habe, wird sie mir nicht lange nachklingen mehr. Sag mal, ihr da draußen, was denkt ihr denn? Haben wir hier einfach irgendwas nicht kapiert? Hilft uns doch auf die Sprünge. Das könnt ihr machen in unserem Blog-Tracker am Dienstag.de. Da ist richtig was los wieder in den letzten Wochen. Das finde ich sehr schön. Kommt da hin. Wir lesen das wahnsinnig gern, was ihr da so postet. Ansonsten möchten wir euch doch noch herzlich darum bitten, wenn euch das gefällt, was wir hier machen, dann könnt ihr und solltet, ich bin mal so frech, solltet ihr uns auch unterstützen. Das Ganze geht auf trackamdienstag.de slash unterstützen oder im Menü oben auf unterstützen klicken. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt keine Abo-Falle oder Sonstiges. Ihr könnt das völlig frei entscheiden. Aber wir sind darauf angewiesen. Wir haben viele Pläne. Und die möchten wir gerne in die Tat umsetzen. Und sagen ein ganz, ganz liebes Dankeschön an alle, die das schon tun. Wenn jeder ein Fünferle mal springen lassen würde im Monat, müsste man gar nicht mehr darüber reden. Das ist richtig. Ich könnte jetzt skizzieren, was dann passieren könnte. Aber das will ich nicht machen. Das sprengt den Rahmen. Stattdessen sage ich einfach nur, danke Simon für eine schöne Besprechung über eine Folge, die mich tatsächlich eingeschlefft. Nicht eingeschläfert hat, sondern die mir tatsächlich auch so ein bisschen die Energie geraubt hat. Anstrengend darüber zu reden, oder? Ja. Die Folge ist wie so ein Energiewampir. Wie ein Energiewampir. Und wir sind auch total immer abgeschwiffen. Ich glaube, wir wollen einfach da wegwollten. Womöglich. Wir wollten über irgendwas sprechen, was mehr Spaß macht. Vielleicht gelingt uns das nächste Woche. Da gehen wir nämlich wieder auf die Voyager. Und dann gibt es was zu lernen. Ja, da wird mal gelernen, lernen, popernen. Es gibt nämlich das Staffelfinale der ersten Staffel. Or is it? Or is it, das ist, das werden wir euch dann erklären, ja. Das ist eine spannende Frage. Es nennt sich Learning Curve. Erfahrungswerte. Am Freitag gibt es die nächste Zauberlaterne, www.zauberlaterne.de. Unser Filmpodcast mit dem ersten japanischen Film, glaube ich. Eines japanischen Regisseurs Ohio. Ich habe es hoffentlich gut ausgesprochen. Der Film heißt zu deutsch Guten Morgen. Und wir sagen jetzt Gute Nacht. Gute Nacht. Macht's gut, ihr Lieben. Danke, dass ihr mit uns hier uns auch wieder beiseite gestanden habt bei dieser Folge. Weil ohne euch hätte ich ihn nicht aufgenommen. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss Simon. Danke dir. Bis bald. Ich muss den Karl Dall noch ein bisschen üben. Jetzt habe ich den Karl Dall. So muss man reden. Jetzt müssen wir noch eins auf. Ne? Den Karl Dall. So redet der. Ne, der Mike? Eine Galaktisch Absorger 2024 Produktion.